Schneekönig. Mein Leben als Drogenboss. Von Ronald Mieling und Helge Timmerberg. Sie hören eine Produktion von Hoffmann & Kampe Hörbücher. Regie Wolfgang Stockmann. Mit Stefan Kurt. Mein Vater war ein Bulle. Das war eigentlich ein ganz solider Mensch, der nur nach Recht und Gesetz gelebt hat. Wir haben gewohnt in Barmbeek und da bin ich auch aufgewachsen. Wir haben 1953 die Wohnung gekriegt. Das war so ein Programm nach einem Krieg für Beamte, also der höheren Dienstgrade. Wohnung für Bollen praktisch und Wohnung für Kripo und Wohnung für Müllmänner und Wohnung für Gefängnisbeamte. Eben billig. Zuerst bin ich doch zur Schule gegangen und habe dann festgestellt, wie diese Menschen leben. Und dann habe ich schon als Kind gemerkt, dass dieses Leben nicht mein Leben sein kann. Wir haben, wie alle Jugendlichen anfangen, mit irgendwelchen kleinen Delikten, so habe ich das auch gemacht. Alles mögliche, Kleinkriminalität, Kleinstkriminalität sogar. Zu wilder Reis, ein schwarzer Fleck in meinem Leben und ein schwarzer Fleck auf meiner Weste. Und da möchte ich eigentlich gar nicht so reingehen. Ich habe den Knast praktisch als Schock erlebt. Und man kommt praktisch aus der Freiheit und geht praktisch in so ein kleines Loch und wird nur noch gegängelt. Und dann habe ich eine Strategie entwickelt, wie man Jahre überleben kann. Und die Jahre kann man nur überleben, wenn man sagt, ich bin hier zu Hause. Eben für die bedingte Zeit. Und in der Zeit, wo ich zu Hause war, habe ich trainiert, meinen Körper gestillt, viel gelesen, meinen Geist trainiert. Ich habe was für mich getan, was viele andere eigentlich nicht machen. Viele andere zerbrechen da drin. Die hört man durchbrechen. Wie Holz bricht, so hört man die durchbrechen. Bevor die dann irgendwann in die Ehrenanstalt gehen oder mit Tabletten ruhig gestellt werden. Also mir ist das nicht passiert. Ich bin mit 36 damals entlassen worden und ich musste mich frei klagen. Die haben mich nicht freiwillig entlassen. Und da hatte ich eigentlich gar keinen Plan. Und ich bin eigentlich angefangen, wieder als Schlosser zu arbeiten, was ich gelernt habe. Ich habe ein Jahr nachgearbeitet und es war einfach Erbsensumme. Und ich wollte wieder ein bisschen Champagner trinken. Ich verkehrte zu dieser Zeit in einem russischen Lokal am Schlumpf. Und eine russische Freundin namens Luna machte mich dort mit einem Politiker aus Kasachstan bekannt. Wir feierten die Wände, der Osten öffnete sich. Und weil wir zudem sofort einen guten Draht zueinander hatten, bot mir der Russe Geschäfte an. Ein buntes Angebot. Russische Waffen, Drogen, Bauholz, Buntmetalle, Goldstaub. Und ich dachte, ich docke mal beim Goldstaub an. Ich vermittelte ein Geschäft über 500 Kilo, holte mir die Provision in Zürich ab und hatte das Startgeld für einen Billardsalon. Ich habe ihn Playpoint genannt. Ich kannte Monika von früher, weil sie die Halbschwester eines alten Freundes war. Das letzte Mal, als ich sie gesehen hatte, muss sie 13 gewesen sein. Jetzt war sie 28. Ich wollte nicht mit ihr in eine Wohnung ziehen. Ich fühlte mich in meinem Rahlstädter Apartment sehr wohl und frei. Sie drängelte weiter, was ich gut verstand, denn sie wohnte noch bei ihrer Mutter und hatte einen 6-jährigen Sohn. Das war mein Wunderpunkt. Ich bin in einer intakten Familie aufgewachsen. Ich wusste, wie wichtig das für ein Kind ist. Schliesslich gab ich nach und kündigte mein Rahlstädter Apartment und bezog mit Monika und Peter eine gemeinsame Wohnung. Gegen meinen Willen, aber mit meiner Moral. Und etwa ein halbes Jahr, bevor meine Koks-Karriere begann. Mit Drogen hatte ich noch keine nennenswerten Geschäfte gemacht. Vielleicht lag es daran, dass ich keine Drogen nahm. Das war nicht meine Welt. Perorin produziert genetischen Müll. Und Haschisch machte mich so lahm, dass es mir wie eine Behinderung vorkam. Die paar Mal, die ich bisher Koks genommen hatte, waren okay gewesen, aber auch nicht so toll, dass ich Lust auf mehr Koks bekam. Das änderte sich auch später nicht, als ich auf Säcken von Koks sitzen sollte und meinem Partnern beim Zuballern zusah. Meine Welt war Alkohol. Aber wir schrieben die 80er Jahre. Jappies rasten in Horden durch Hamburg auf der Suche nach Kokain. Von allen illegalen Geschäften brachte Koks das meiste Geld. Und ich war fast 40, also in einem Alter, in dem man als Mann ruhig mal was Vernünftiges anfangen kann. Der gute Wille war vorhanden. Was fehlte, war ein auslösender Moment. Ich traf Günther auf einer Geburtstagsparty. Er hatte als Kurier Drogen aus dem Libanon und Syrien geholt, sich aber mit seinen Partnern überworfen. Er brauchte einen neuen Partner und hatte gehört, ich hätte Kokskontakte in Amsterdam. Ich hatte tatsächlich in Santa Fu zur holländischen Koks-Mafia Kontakte geknüpft. Ich fuhr mit Günther nach Holland, um meinen Kontaktmann aufzusuchen. Jimmys Familie stammte aus der ehemaligen holländischen Kolonie Curaçao. Er war sofort bereit, mit uns zusammenzuarbeiten. Der Deal ging in Amsterdam über die Bühne und sah folgendermaßen aus. Günther und ich tranken Whisky-Cola am Leitzeplein. Jimmy war mit unserem Geld unterwegs. Nachdem er zurückgekommen war, hatten wir das Koks und fuhren nach Haus. Wir hatten für 7.000 Mark 100 Gramm eingekauft. Das machte 70 Mark pro Gramm. Es war bereits im Verhältnis 1 zu 1 gestreckt. Wir streckten es im selben Verhältnis noch einmal und verkauften das Programm für 100 Mark. Das brachte 20.000 Mark Umsatz und 13.000 Mark Gewinn. Davon bekam Jimmy eine Provision. Beim zweiten Mal kauften wir ein halbes Kilo für 30.000 Mark. Diesmal war es pur. Wir streckten es im Verhältnis 1 zu 2 und verkauften die nunmehr 1,5 Kilo zu demselben Grammpreis wie zuvor. Der Umsatz belief sich diesmal auf 150.000. Unser Reingewinn auf 120.000 Mark. So ging das ein paar Mal weiter. Dann bekam ich mit, dass Günther mich betrug. Erstens kassierte er für den Fahrer, der den Transport übernahm, 10.000 Mark pro Tour, obwohl er ihm nur 5.000 gab. Zweitens war er kokssüchtig geworden und bediente sich pausenlos. Aber nicht von seinem Anteil, sondern vom gemeinsamen Topf. Der Duft der Karibik Karibik und Koks passen zusammen wie Mutter und Kind. Ich fragte Jimmy, ob er in seiner alten Heimat professionelle Kontakte habe, was er bejahte. Und ich fragte Günther, ob er sie mit mir zu nutzen gedenke, was der verneinte. Erst als ich ihm klarmachte, dass ich das Geschäft auch alleine durchziehen würde, begann er über den Horizont Holland hinaus zu denken und besorgte den Kurier. Werner hätte mein Bruder sein können. Wir boten ihm 10.000 Mark Erfolgshonorar. Sein Misserfolgshonorar belief sich auf vier Jahre. Werner schlug ein. Blieb also nur noch das Problem, Monika zu erklären, warum ich ohne sie Urlaub machen wollte. Sie in meine Pläne einzuweihen, erschien mir weder nötig noch vernünftig. Stattdessen bot ich ihr an, mitzufahren. Ich wusste, dass sie ablehnen würde. Sie hatte gerade einen neuen Job als Sekretärin angenommen. Ich vertröstete sie auf eine spätere gemeinsame Reise und war frei. Es gibt Biografien, in denen hauptsächlich gefahren wird, und andere, in denen wird nur geflogen. Bis zu meinem 40. Lebensjahr traf die erste Variante auf mich zu. Als ich am Morgen des 10. August 1989 meinen Koffer in ein Taxi wuchtete, um froh Gemut, Kurs auf den Flughafen Fuhlsbüttel zu nehmen, hatte ich noch nie einen Flieger bestiegen. Günther und Werner ging es ebenso. Wir standen in der Schalterhalle und wussten nicht, wie wir in den Cityhopper der KLM nach Amsterdam gelangen sollten. Wir fragten am Informationsstand. Das war uns peinlich, aber was soll man machen, wenn man in Wandsbek aufwuchs, in St. Pauli zum Mann reifte und in Santa Fu den Flugzeugen durch die Gitter hinterher schaute? In unseren Träumen gab es einen Himmel über den Wolken und Palmen am Ende der Landebahn. Check-in, Bordkarten, Passkontrolle und eine verwirrende Anzahl von Gates kamen dann nicht vor. Und wenn uns der Flughafen Fuhlsbüttel schon unübersichtlich erschien, war der Amsterdamer Flughafen Schiphol das reinste Sodom und Gomorra. Dort wollte Jimmy zu uns stoßen, aber die internationale Wartehalle in Schiphol ist ungefähr einen Dreiviertelkilometer lang und ein paar tausend Menschen wuseln dort ständig durcheinander, in alle Richtungen, in allen Größen und in allen Farben. Wie soll man darin Eddie Murphy trotzdem ausfindig machen? Oder einen, der so aussieht? Als ich Jimmy gefunden hatte, strahlte er mich frontal an. Weißt du, Alter, wie ich mich freue, weißt du das? Ich wollte schon immer diese Reise machen, aber alle hatten nur die Hose voll. In Fuhlsbüttel hatte ich zwei Whisky-Cola getrunken. Im Cityhopper den dritten, bis zum Start blieb noch Zeit für einen vierten. Und während wir Belgien, den Ärmelkanal und Nordengland überflogen, legten wir pro Mann nochmal zwei drauf. Danach steuerte der Pilot den Flieger in eine scharfe Rechtskurve, um direkt über den Atlantik auf Curaçao zuzuhalten, und wir waren platt. Als wir wieder nüchtern wurden, setzte er zum Landeanflug an. Nie werde ich diesen Augenblick vergessen. Touchdown im Cook-Stiler Einkaufsparadies. Wir rollten aus und stramme 33 Grad schoben sich wie eine warme Riesenzunge zur Tür herein, um uns abzuschlecken. Unser Hotel erwies sich als ein bisschen schmuddelig, aber es hatte kolonialen Stil, und wir bezogen zwei große, helle Doppelzimmer mit Deckenventilatoren. Unsere Investitionen beliefen sich auf insgesamt 30 Riesen. Die vier Tickets, inklusive einer Woche Hotel, hatten zehn davon verbraucht. Weitere zehn waren Taschengeld. Für den Rest wollten wir zwei Kilo ungestrecktes Kokain kaufen. Morgen. Heute gingen wir früh zu Bett. Nach dem Frühstück ging Jimmy los, um den Mietwagen zu holen und mit der Dealersuche loszulegen. Als er zurückkam, konnte ich schon von Weitem sehen, dass er gefunden hatte, was wir brauchten. Er tanzte im Foyer wie auf unsichtbarem Schnee. Er hatte Freunde aus Amsterdam getroffen, sie auf Kontakte angesprochen und festgestellt, dass sie selbst der Kontakt waren. Sie kommen morgen ins Hotel, sagte Jimmy, und der Preis ist gut. Alles ist gut. Er begann wieder zu tanzen. Jimmys gute Laune färbte auf uns ab. Wir fühlten uns, als sei das Spiel bereits gewonnen und beschlossen, darauf abzufeiern. Jimmy hatte herausgefunden, dass es in Flughafennähe ein Campo Alegre gab. Der Puff sah eher wie ein Gefängnis aus. Ein Areal von 250 mal 100 Metern, gänzlich von hohen Mauern umgeben, und auf den Mauern waren Glasscherben. An einem großen Tor wurde Eintritt bezahlt. Fünf Antillengulden. Das waren damals etwa fünf Mark. Also ein Heiermann, wie man in Hamburg sagt. Hinter dem Tor erstreckte sich ein Platz, der mal fürs Exerzieren oder den Appell gedacht war. Jetzt war es ein Parkplatz, und dahinter lag die Bar. Eine lange Bar mit integrierter Showbühne. Links und rechts davon führten jeweils drei Gassen durch ein Lager mit steinernen Baracken. Jede Baracke hatte fünf Zimmer. Es wurde gesungen und Merengue getanzt. Gruseliges Ambiente. Angenehme Atmosphäre. Sie hatte nichts mit der Atmosphäre in europäischen Puffs gemein. Huren und Freier gingen, wie Frauen und Männer miteinander um, nicht wie Schlampe und Schwein. Die Armut in Lateinamerika ist so groß, dass die Prostitution als Gelderwerb gesellschaftlich zwar nicht gerade gewürdigt, aber verstanden und deshalb akzeptiert wird. Und die Männer in ihrem Machismo haben damit kein Problem. Jeder Latino geht in den Puff. Das macht, nach meinen Erfahrungen, zwar auch jeder Europäer, aber die schämen sich dafür. Günther und Werner gingen schon mal los. Ich machte mich an der Bar mit einem einheimischen Gast bekannt. Der Mann, mit dem ich trank, war schwarz und schlank. Er hieß Amigo. Was willst du hier? fragte er. Eure Inselsschönheiten ficken. Günther und Werner kamen zurück, was mir peinlich wurde. Denn wenn wir drei zusammenstanden, sahen wir etwas dämlich aus. Wir trugen dieselben Klamotten, Drogenhändler, Tropenuniform, Hawaii-Hemd, Jeans, Wildleder-Mokassins ohne Socken. Unisono berichteten beide von naturgeilen Modellen und einer ungewöhnlichen Zutraulichkeit. Aber sie hatten sich noch nicht entschieden und wollten Koks. Mein Amigo winkte eine Frau herbei. Gib ihr hundert Gulden, sie holt es von den Bullen. Die Kokshure war ein Michelangelo-Modell aus Schokolade. Eine Schoko-Angela sozusagen. Scheiß auf Monika. Scheiß aber auch auf diese verwandten Baracken mit den durchgebumsten Matratzen. Als sie in der Dunkelheit verschwand, um für Günther Koka zu besorgen, fragte ich Amigo, was es koste, die Frau für den kommenden Tag ins Hotel zu bestellen. Wir würden schwimmen, essen und natürlich zwischendurch ficken, wann immer mehr danach sei. Nicht mehr als hundert Antillengulden, sagte er. Ich mach das klar für dich. Gute Nachrichten. Gute Preise. Schoko-Angela brachte vier Gramm, die ich Günther überreichte. Und weil die Lüfte lau blieben und die Grillen zirpten, machte er sich wieder auf die Socken. Auf der Bühne begann Programm. Jeder Frau, die tanzt, wird eine Tagesmiete im Camp erlassen. Es ist üblich, dass man ihr Trinkgeld zusteckt. Wohin, ist egal. Wie viel, nicht. Damit es mehr wird, bauen sie Flaschen, Kerzen und Gäste in ihrer Show mit ein. Dazu wird Planters Punch getrunken, der Longdrink der Sklaven. Das Rezept kommt aus den Zuckerrohrplantagen, aber ich weiß bis heute nicht, was drin ist. Man erinnert sich an nichts. Die Wirkung ist brachial. Am nächsten Tag klingelte das Telefon und die Dealer waren dran. Jimmy redete mit ihnen in Papimento, einer Sprache, die von den Sklaven in der Karibik und in Südamerika gesprochen wurde und sich bis heute gehalten hat. Sie besteht aus spanischen, portugiesischen, englischen, holländischen und afrikanischen Fragmenten. Nachdem Jimmy aufgelegt hatte, wollte er vor das Hotel gehen, um die Lage zu prüfen. Wenn die Luft rein war, würde er mit seinem Bekannten und dem Koks auf unser Zimmer kommen. Eine halbe Stunde später klopfte es und Jimmy erschien mit einem Mulatten namens Mike. Sein Partner schob im Auto Wache. Mike fragte, ob er das Geld sehen könne. Und nachdem wir es ihm präsentiert hatten, holte er zwei Pakete aus der Tasche. Mit dem Tapeziermesser schnitt ich ein Dreieck in eines der Pakete und entnahm eine Probe. Was wir hier in den Händen hielten, waren zwei Kilo reinen Kokains. Die Koffer Die Koffer zu packen ist für selbstexportierende Dealer etwas anders als für Touristen. Wir hatten weder einen Plan noch eine Idee, wie wir das Koks nach Hamburg bekommen sollten. Ich schob das Thema deshalb auf und kümmerte mich, sobald wir den Dealer ausbezahlt und verabschiedet hatten, um näherliegende Probleme. Das Zeug musste aus meinem Zimmer. Auf Curaçao verkehren Dealer und Polizisten in einem partnerschaftlichen Verhältnis miteinander. Die einen verkaufen Kokain, die anderen beschlagnahmen es, um es wieder verkaufen zu lassen. So haben beide Berufsgruppen eine nie versiegende Einnahmequelle. Also begann ich, unsere Pakete wieder zuzukleben. Wir kamen überein, für den Abend zehn Gramm als Lustigmacher abzupacken. Der Rest wurde von mir in Werners Zimmer deponiert, in einem Hohlraum seines Nachtschranks. Als ich zurückkehrte, kamen die Huren. Alle waren meinem Vorbild gefolgt und hatten ihre Mädchen für den nächsten Tag ins Hotel bestellt. Dabei blieb es, bis der Urlaub zu Ende ging. Am Ruhmservice gab es nichts auszusetzen. Auch Günther und Werner berichteten von der weit überdurchschnittlichen Einsatzfreude ihrer Prostituierten. Jimmy holt uns wieder auf den Boden. Das liegt nicht an euch, das liegt an ihnen. Latinas sind allgemein dafür bekannt. Außerdem zahlt ihr gut. 100 Antillengulden pro Tag, plus Essen und Trinken. Natürlich zahlte ich auch den Eintritt zum Strand und die Chatskis für 30 Gulden. Wie gut die Kombination von Großzügigkeit und anständigen Manieren ankam, wurde offenbar, als Schoko Angela mein Geld abzulehnen begann. Das war völlig neu für mich. Eine Hure, die kein Geld haben will. Natürlich wurde weiter kräftig gekokst. Die unangenehmste Eigenschaft dieser Droge ist, dass sie Gier produziert. Gier nach allem, was Spaß macht. Was man hat, wird gierig verbraucht. Was man will, wird gierig verfolgt. Und was man nicht bekommen kann, wird durch Koks ersetzt. Und von einem bestimmten Level des Konsums an, wird alles durch Koks ersetzt. Dann produziert die Droge nur noch Gier nach sich selbst. Außerdem setzte bei mir immer eine Art Rechenmaschine ein, wenn es darum ging, ein Gramm wegzuputzen. Was hat es mich gekostet? Für wie viel würde ich es verkaufen? Wie hoch ist die Differenz? Wie viel Gramm kann ich für diese Differenz beim nächsten Mal wieder einkaufen? Und wie hoch ist dann der Gewinn? Rechnet man diesen Kreislauf siebenmal, putzt man sich plötzlich keine Linie mehr durch die Nase, sondern eine runde, siebenstellige Zahl. Das war ganz klar nicht mein Ding und auch nicht unsere aktuelle Rechnung. Wir blieben den letzten Abend auf der Insel im Hotel und spielten Reste trinken. Jimmy kam vom Flughafen. Er hatte den Zoll gecheckt, viel wusste er nicht. Die Koffer wurden am Schalter aufgegeben und verschwanden danach durch eine Klappe. Was hinter der Klappe mit ihnen geschah, war von vorne nicht zu sehen. Die Personenkontrollen beschränkten sich auf die Durchleuchtung des Handgepäcks. Es gab eine Metallschleuse, aber was dahinter geschah, blieb im Dunkeln. Wenn selbst exportierende Kokain-Dealer die Koffer packen, diskutieren sie stundenlang. Wir kamen zu keinem Ergebnis. Und weil alle angeballert und besoffen waren, wurde die Diskussion immer hektischer und die Ideen immer hirnverbrannter. Werner machte der Auseinandersetzung schließlich ein Ende, indem er die beiden Pakete in zwei seiner Socken stopfte und in den Koffer warf. Und die Klamotten drüber. Und Koffer zu. So geht es, sagte Werner. Das ist die beste Lösung. Und Einwände gibt es auch nicht, denn ich muss das Zeug schließlich durch den Zoll bringen. Im ersten Moment waren wir alle einigermaßen sprachlos. So hatten wir uns das nicht vorgestellt. Aber weil uns auch nichts Besseres einfiel, sprachen wir nach einer kurzen Debatte Werner Mut zu. Ja, so würde es gehen. In Socken versteckt. Eine Stunde vor Abflug waren wir am Flughafen. Vor den Schaltern befanden sich zwei lange Schlangen. Als wir die Koffer aufgegeben hatten, blieb uns noch eine halbe Stunde Zeit, die wir nutzten, um uns von den Huren zu verabschieden. Schoko Angela weinte. Gute Nachricht. Hinter der Passkontrolle gab es Bier. Schlechte Nachricht. Am Gate streiften Zöllner mit Hunden herum. Hin und wieder forderten sie Reisende auf, ihnen zu folgen und kehrten dann nach etwa zehn Minuten mit ihnen zurück. Obwohl sie nur Schwarze kontrollierten, standen Werner Schweißperlen auf der Stirn. Endlich der Aufruf. Die Maschine war startklar. In einer langen Schlange marschierten wir über das Rollfeld in Richtung Flieger. Kaum waren wir in den Sitzen und angeschnallt, konnten wir durch die Fenster beobachten, wie ein Zöllner seinen Hund das Gepäck abschnüffeln ließ, das noch nicht verladen war. Weiteres Gepäck kam angefahren. Wir wussten nicht, ob der Koffer von Werner noch darunter war. Erst als die Ladeklappen geschlossen wurden und der Zöllner abrückte, konnten wir sicher sein. Er war drin. Das Kokain war in der Maschine. Der Morgen nach einem neun Stunden Flug ist immer grau, auch wenn man kein Kokain im Gepäck hat. Wir kamen aus der Karibik in das Neonlicht von Amsterdam Schiphol. Verabschiedeten uns von Jimmy und schlurften müde durch den endlosen Duty-Free-Shop, bis wir das Gate erreichten, vor dem der City-Hopper nach Hamburg bereits angedockt stand. Der letzte Flug der Angst. 45 Minuten lang. Mit brennenden Nerven verfolgten wir den Landeanflug. Hamburg tauchte unter uns auf. Es gab kein Zurück. In einer halben Stunde würden wir wissen, was Sache ist. Sache war folgendes. Günther und ich standen in der Gepäckhalle am Transportband und warteten auf unsere Koffer, vor allem auf den Koffer von Werner, der ein wenig abseits stand. Ich entdeckte Zöllner in Zivil, die Reisende unauffällig inspizierten, um schon am Kofferband eine Vorauswahl zu treffen. Ihre Unauffälligkeit verfing bei mir nicht, weil ich von Haus aus einer von ihnen bin. Ich erkenne Bullen sofort. Also Plan A. Werner blieb abseits und allein. Günther und ich machten Show, tuschelten miteinander, sahen uns um, bis wir bemerkten, dass die Zöllner auf uns reflektierten. Damit hatten wir unser Ziel erreicht und mussten nun aufpassen, dass wir nicht zu sehr übertrieben. Mein Koffer kam als Erster, als Zweiter der von Günther. Werners Koffer kam gleich dahinter, aber er rührte ihn nicht an und ließ ihn noch eine Runde drehen. Bis der Koffer wieder bei ihm war, hatten Günther und ich vollständig aufgeladen. Und als wir sahen, dass auch Werner mit seinem Koffer in die Gänge kam, steuerten wir unsere Gepäckwagen direkt vor seinen und marschierten Richtung Zoll. Einer der Zöllner ließ mich dabei nicht aus den Augen. Er verfolgte jeden meiner Schritte. Kontrolliert wurde an beiden Seiten des Ausgangs. Mein Zöllner stand an der rechten, also steuerte ich die linke Seite an, worauf mein Mann die Seite wechselte, was mich veranlasste, dasselbe zu tun. Nach dieser Gepäckwagen-Zickzack-Fahrt stürzten sich sämtliche diensthabenden Zöllner auf mich. Dürfen wir mal in ihren Koffer sehen? Während ich so angesprochen wurde, konnte ich aus den Augenwinkeln beobachten, wie Werner völlig unbehelligt mit dem Koks durch den Zoll marschierte. Danach zogen die Zöllner einen lachenden Mann bis auf die Unterhose aus. Noch im Flughafen wurde mir klar, dass alle finanziellen Sorgen nun wie weggeblasen waren. Mein Anteil würde pur 85.000 Mark einbringen. Eins zu eins gestreckt das Doppelte, eins zu zwei das Dreifache. Kann man Weihnachten strecken? So fühlte sich das an. Doch es hielt nicht lange. Ich hatte alte Schulden zu bezahlen und außerdem Jimmy versprochen, seinen Anteil in zwei Wochen auszuzahlen. Bis dahin war viel zu tun. Ich brauch auf und fuhr zu einem Headshop, dessen Besitzer ich kannte. Dort kaufte ich zwei Kilo des Streckmittels Manitol für 4.000 Mark und fuhr damit zu Werner. Auch Günther war da. Hier mischten wir die zwei Kilo Kokain mit den zwei Kilo Manitol und tüteten es ein, in 10 und 20 Gramm Portionen. Werner bekam sein Kurierhonorar von 10.000 Mark in der Kokain-Manitol-Gemischwährung. Wir schwärmten aus wie die Staubsaugervertreter. Es wurde ein langer Tag und das Geschäft kam nur langsam in Fahrt. Eine Woche verging, bis ich meine Schulden zahlen konnte. In der zweiten Woche zog das Geschäft an. Jimmy bekam sein Geld, Monika verfiel dem Kaufrausch. In der dritten Woche machte ich mir Gedanken über einen zweiten Direktimport, denn uns ging das Koks aus. Aber diesmal brauchten wir vernünftige Transportbehälter. Einer meiner Kunden war ein Modelltischler. Nachdem ich ihm das Problem erklärt hatte, fragte er nach allen Einzelheiten des Schmuggels und bat um einen Tag Bedenkzeit. Am nächsten Tag trafen wir uns in einem Restaurant. Er strahlte schon beim Reinkommen. Den ganzen Tag sah er durch Koffergeschifte gelaufen. Dann habe er ein Modell gefunden, das seinen Vorstellungen entsprach. Er zeigte mir Skizzen und die waren genial. Wir vereinbarten 10.000 Mark für zwei Koffer. Eine Woche später waren die Koffer fertig. Der Tischler empfing mich schon in seiner Hofeinfahrt mit erhobenen Daumen. In der Werkstatt legte er einen der Koffer auf den Arbeitstisch und bat mich, ihn zu prüfen. Ich sah den Koffer an, hob ihn hoch, begutachtete ihn von allen Seiten. Ich öffnete ihn und betastete das Innenfutter. Na gut, sagte ich, der Koffer sieht seriös aus, ist stabil und ordentlich verarbeitet, aber wo sollen wir das Kokain verstecken? Er grinste. Stell dir vor, das Koks wäre schon drin. Mit wenigen Handgriffen zerlegte er ihn vor meinen Augen. Er hatte eine zweite Kofferschale gebaut, die von der serienmäßigen nicht zu unterscheiden war, nur ein wenig kleiner. Dadurch entstand über die gesamte Kofferfläche ein Hohlraum von vier bis sechs Zentimetern Höhe. Ich war begeistert. Ich warf die Koffer in die Karre und fuhr zu meinem Reisebüro. Curaçao zum Zweiten Curaçao zum Zweiten begann mit besseren Hotels. Für Günther und mich hatte ich das Princess Beach gebucht, ein Vier-Sterne-Strandhotel. Werner dagegen hatte sich das Stadthotel Otrabando ausgesucht. Es war sicherer, wenn Koks und Kurier nicht im selben Hotel wohnten wie ich. Und Jimmy machte diesmal auch Familie. Er war mit seiner Frau und seinem Sohn vorgeflogen und hatte mit ihnen im Inneren der Insel ein Apartmenthaus bezogen. Vom Flughafen holte er uns mit einem knallgelben Toyota ab, der gut zu seinen Klamotten passte. Wie alle Schwarzen, die plötzlich zu Geld gekommen sind, trug er Farben, die Kanarienvögel erfunden haben. Bon Bini, sagte Jimmy. Wir kurbelten in seiner Karre die Fenster runter, setzten Werner in seinem Hotel ab und waren 15 Minuten später im Princess Beach. Das Hotel erwies sich als viel größer und luxuriöser als das vorige. Auch waren mehr Gäste unterwegs. Ein weiterer Vorteil für unsere Geschäfte. Jimmy wollte nun unbedingt die neuen Koffer sehen. Er war aufgeregt wie ein Kind und fummelte daran herum, genau wie ich es getan hatte. Und er stellte auch dieselbe Frage. Wo soll denn da das Kokain versteckt werden? Bring es mir und ich zeig es dir, antwortete ich. Jimmy bat um Geduld. Ein alter Freund von ihm sei für uns unterwegs, um die beste Ware für den besten Preis zu suchen. Je länger wir warten, desto billiger kommen wir ans Kokain, sagte er. Frühstück am nächsten Morgen auf der Strandterrasse des Princess Beach. Das Buffet war unter einem überdimensionalen Segel aufgebaut. Ich nahm Rührei, Schinken, kleine Würstchen und durchgebratenen Speck und genoss das Klima und das für die Karibik so typische Licht. Ich muss sagen, das hatte schon was. Aufs Meer hinausschauen, die Dünung beobachten und warten, dass das Kokain billiger wird. Curaçao zum Zweiten begann auch in Campo Alegre mit verändertem Programm. Die Huren von Günther und Werner waren zwar noch zugegen, aber Schoko Angela war nicht mehr da. Werners Mädchen versucht es mir zu erklären. Vor fünf Tagen war Schoko Angela in die Dominikanische Republik zurückgeflogen. Die Hure sah mich traurig an und zeigte auf ein Telefon. Ich ließ es bleiben. No hablo espanol, no comunicación. Stattdessen sah ich mich an der Bar nach einer neuen Schoko Angela um, wo es nicht schwierig schien, denn das Campo war brechend voll. Und wieder wurde, wie schon beim ersten Besuch, das no hablo espanol Problem mit der Hilfe eines anderen Gastes gelöst. Auch er, schwarz und lustig, wie mein Freund vom ersten Mal. Amigo 2 übersetzte simultaner als sein Vorgänger, schnorrte allerdings auch härter. Nachdem ich ihm fünf Drinks ausgegeben hatte, fragte er mich, ob ich Lust hätte, ihm Kokain zu spendieren. Er würde davon seinen Rausch verlieren und wieder fit werden. Das sei wichtig für ihn, denn er arbeite hart. Ich war mir nicht sicher. Hier laufen überall Zivilbullen rum, sagte ich, und ich will keine Schwierigkeiten. No problem, sagte Amigo 2. Ich arbeite selbst bei der Polizei. Er sei so eine Art Polizeichef. In Deutschland wäre Amigo 2 als Toilettenwärter durchgegangen. In der Karibik war er vielleicht Chef der Polizei. Okay, dachte ich. Den fülle ich jetzt richtig ab, bezahle auch sein Kokain und nachher spendiere ich ihm noch ein paar Huren. Wenn er mich abgesponnen hat, verliere ich höchstens 200 Mark. Wenn nicht, wird sich der Einsatz amortisieren. Amigo 2 führte mich zu einer Kolumbianerin, die für die Polizei verkaufte. Während er schon mal das Koks klein hackte, schenkte sie Getränke ein und reichte Strohhalme, durch die sich der angebliche Polizeioffizier ein paar beachtliche Nasen reinknallte. Dann bat er mich, ihm nun 30 Gulden für eine Hure zu schenken. Ich gab sie ihm. Er verschwand, ich ging zurück an die Bar. Günther und Werner machten mir Vorwürfe wegen meiner Verbrüderung, wieso ich ständig irgendwelchen schwarzen Alkohol, Koks und Huren bezahlte. Als ich ihnen erklärte, der Typ sah möglicherweise eine Führungskraft bei der Polizei und könne uns nützlich sein, begann sie laut zu lachen. Das ist doch ein Penner, sagte Günther. Der will auf lau abfeiern. Wenn der Polizeioffizier ist, bin ich Kindergärtnerin. Indessen war Amigo 2 von seiner Gratishurerei an die Bar zurückgekehrt und hatte das Gespräch mitgehört. Ich bemerkte ihn zu spät. Er tat zwar, als habe er nichts verstanden, verabschiedete sich aber sofort. Wenn das wirklich ein Polizeioffizier ist, dachte ich, dann haben wir jetzt zwar noch nicht das Kokain, aber schon ein Problem. Bereits um 8 Uhr weckte mich am Morgen das Telefon. Jimmy. Gegen Mittag solle ich bei ihm sein. Jemand käme vorbei. Chimis Bleibe, etwa 20 Minuten Autofahrt von meinem Hotel entfernt, stellte sich als eine Siedlung einstöckiger Reihenhäuser heraus. Coral Tabak lag mitten auf der Insel. Es gab kein Meer, keinen Swimmingpool. Alles sah nach billigen Apartmentwohnungen für schwarze Holländer aus, die ihre Familien auf Coração besuchen. Chimis Frau und Sohn begrüßten mich herzlich. Jimmy erklärte den Plan. Der Gast sei ein guter Junge, mit einem guten Namen auf der Insel. Er hätte kein Kokain dabei, sondern käme erst mal nur, um mich zu checken. Wir hatten nicht lange gewartet, als wir Motorengeräusche hörten. Ein Pick-up mit getönten Scheiben fuhr auf den Hof. Ein stämmiger Schwarzer sprang heraus. Jimmy stellte uns vor und bat zu Tisch. Der erste Gang war eine Suppe mit Einlagen, die wie Hühnerfleisch aussahen, aber total anders schmeckten. Was ist das? fragte ich. Eine kreolische Spezialität, sagte Jimmy. Der stämmige Schwarze nickte. Der zweite Gang bestand aus Bohnen mit Fleisch. Das Fleisch sah ein bisschen zu stark angebraten aus, und als ich davon kostete, war mir als schlügen Flammen aus meinen Ohren. Ich versuchte, das Problem zu überspielen, denn die anderen stopften Löffel um Löffel davon genüsslich in sich hinein. Und Jimmy bemerkte, er habe extra milde gekocht, weil er nicht wusste, ob ich wirklich scharfes Essen mag. Als nächstes gab ich Salat, was mich erst mal erleichterte, weil er Kühlung versprach. Außerdem mag ich Paprika. Rings um den Rand des Tellers waren kleine grüne Paprikastücke als Deko verstreut, und ich spießte mit meiner Gabel auf, so viel ich konnte. Jimmy musterte mich dabei nachdenklich, und auch der stämmige Dealer, der bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich nur hungrig gewesen war, ließ die Hände auf den Tisch sinken und starrte mich an. Ich ließ mich nicht aus der Ruhe bringen und schob die Gabel in den Mund. Was folgte, war totaler Feueralarm. Augenblicklich standen mir die Tränen in den Augen. Es war so brutal, dass ich nicht mehr sprechen konnte. Jimmy reichte mir eine Karaffe mit Wasser. Ja, die sind ziemlich scharf, diese Pfefferschoten, sagte er. Ja, das ist eigentlich das Schärfste, was es gibt. Ich habe mich schon gewundert, weil du alle auf einmal aufgespießt hast. Die Verhandlungen gingen langsam los. Preise, Liefermodalitäten, Häufigkeit der Einkäufe wurden besprochen. Wir einigten uns. Am nächsten Morgen um 10 Uhr wollten wir uns am selben Ort wiedersehen. Er würde mit 4 Kilo hochwertigem Kokain kommen, ich mit 24.000 Mark. Den Rest des Tages arbeitete ich im Princess Beach daran, braun zu werden. Gegen Abend fröhnte ich meinem neuen Hobby und schaute mir den Sonnenuntergang an. Während ich in den Himmel sah, dachte ich ein bisschen über mein Leben nach. Vor nicht allzu langer Zeit hatte ich im Knast gesessen. Jetzt saß ich in der Karibik. Wer den Knast schafft, lässt sich auch vom Paradies nicht unterkriegen. So was in der Art, dachte ich. Und dann zogen die Sterne auf und die Milchstraße machte mobil. Auch das gab mir zu denken. Für uns sehen Sternschnuppen recht niedlich aus. Aber vor Ort explodieren Planeten. Goral Tabak am nächsten Morgen um 10 Uhr. Ich war früh schlafen gegangen und hatte auch das Campo am Abend ausgelassen, um fit und pünktlich zur Stelle zu sein. Jimmys Frau stand mit Sohn auf der Straße und wartete auf ein Taxi. Sie wollten zum Strand. Er verabschiedete sich von ihnen, als würde er sie wochenlang nicht sehen. Die Familie muss bei Geschäften rausgehalten werden, sagte Jimmy. Das gehört sich so. Ein paar kühle Bierchen später bog der Pick-up in den Hof ein und der Stämmige stieg aus. In einer Hand hielt er eine Plastiktüte, von der ich ziemlich sicher wusste, wie viel sie wog. Der Rest verlief wie gewohnt. Ich testete das Koks, er zählte die Kohle. Alle waren zufrieden und wir waren ihn wieder los. Ich packte die vier Kilo in meine Sporttasche, legte Badehose, Schwimmflossen, Schnorchel und Handtücher darüber und fuhr mit Jimmy los, um das Koks bei Werner abzuliefern. Die ganze Fahrt über behielt ich den Rückspiegel im Auge, denn etwas mulmig war mir schon. Ich dachte an den Polizeioffizier, den wir vielleicht tödlich beleidigt hatten. Doch fürs Erste war alles in Ordnung. Werner wartete schon in seinem Zimmer, Günther war auch bei ihm. Kaum hatte ich die Sporttasche aufs Bett geworfen, erinnerte mich Jimmy an mein Versprechen. Das Koks war da. Jetzt wollte er endlich das Geheimnis der Koffer sehen. Es wurde ein gutes Stück Arbeit. Wir nahmen die doppelten Böden oben und unten raus. Dann musste das Koks im Beutel umgefüllt werden, damit es in die Zwischenräume passte. In dem Kofferboden brachten wir jeweils zweieinhalb Kilo unter, im Deckel eineinhalb, obwohl auch mehr hineingepasst hätte. Aber der Kofferdeckel durfte beim Aufklappen nicht zu schwer erscheinen, damit kein Zöllner misstrauisch wurde. Danach versiegelten wir die doppelten Böden mit Schnellkleber luftdicht gegen Hundenasen und die Sache war perfekt. Mit einem feuchten Tuch wischten wir die Koffer ab und stellten sie in den Schrank. Voller Vertrauen auf unsere neuen Koffer checkten wir einige Tage später pünktlich am Flughafen ein. Wir waren kein bisschen nervös. Doch dann sah ich, wie etwa zehn Schritte vor uns ein mit vielen Rangabzeichen dekorierter Zöllner seine Leute mit Handzeichen zu den Fluggästen dirigierte, die er näher zu Filzen gedachte. Als der Mann Werner entdeckte, marschierte er direkt auf ihn zu, blieb vor ihm stehen und streckte ihm seinen Finger ins Gesicht. »I know your bad business, bloody motherfucker«, sagte Amigo zwei. »I bring you to jail. It's a very bad jail for your bad business.« Kim »Und? Alles klar gegangen? Keine Probleme?« »Dann herzlichen Glückwunsch, du hast ein neues Auto. Es steht draußen.« Monika war mit dem neuen Wagen zum Flughafen gekommen, um mich abzuholen. Ich war sauer. Wenn der Transport gescheitert wäre, hätte ich kein Geld gehabt, um die Karre zu bezahlen. Aber Amigo zwei hatte nur Spaß gemacht. Er ließ uns fliegen und das Kokain ging glatt bis Hamburg durch. Derzeit lag es im Kofferraum des Taxis, mit dem Werner nach Hause fuhr. Vier Kilo sicher im Sack sind eigentlich ein Grund zum Jubeln. Und von dieser Euphorie getragen, ließ mein Ärger über die neue Karre schnell nach. Denn es war ein delfingrauer BMW 325i. Ein schönes Auto. Geschnitten wie ein Jaguar. Und die Farbe gefiel mir auch. Ich stand auf delfingrau. Monika chauffierte mich nach Lurup. Schon während der Fahrt fing sie an. Wir sollten heiraten, weil wir uns so gut verstünden und auch sexuell gut zusammenpassten. Zu Hause machte sie weiter und auch am nächsten Morgen. Und so ging das wochenlang. Als ich blockte, bat sie mich, es für ihren Sohn zu tun. Peter brauche endlich geordnete Verhältnisse. Er dürfe nicht länger unehelich sein. Das war schweres Geschütz. Sie traf damit mein Kleinbürgertum. Die Moral der Bullenwelt, aus der ich stammte. Außerdem hatte ich wenig Zeit und Energie für einen privaten Dauerstreit, wenn ich nach einem 12- oder 14-Stunden-Tag nach Hause kam. Koks verkaufen ist kein Spaß. Es ist gefährlich und verlangt Dauerkonzentration. Ich brauchte Ruhe im Wohnzimmer und Frieden auf dem Sofa. Und so gab ich schließlich nach. Ich überließ ihr die komplette Organisation unserer familiären Angelegenheiten und betrieb mein Geschäft. Es gab Probleme mit Günther. Er verkaufte kleinste Mengen an Junkies, die ihr Geld mit Klauen und Ähnlichem verdienten und deshalb immer gefährdet waren, geschnappt zu werden. Das war auch für uns gefährlich. Kein Dealer braucht verhaftete Kunden. Wieder und wieder habe ich auf Günther eingeredet. Aber er war so im Geldrausch, dass er nach Kleinkäufern geradezu süchtig war, weil er bei ihnen den doppelten Preis bekam. Monika hatte indessen alles geregelt. Die Hochzeit stand an. Auf dem Standesamt wurden Videoaufnahmen gemacht, die mich etwas verstört zeigten. Monika interpretierte das später immer als ein Zeichen emotionaler Überwältigung. Ich sei verstört vor Glück gewesen. Wie er unterschrieben, die Eheverträge wurden mit Reis beworfen, bestiegen eine Stretchlimo und fuhren in ein Stadtparklokal, wo schon Hochzeitsgäste warteten und ein Musiker seine Musikmaschine aufbaute. Auch hier wurde wieder reichlich gefilmt. Einige Tage später konnte ich mir alles auf dem Fernseher angucken. Das sah aus wie ein Rentnerball. Ich sah die Hochzeit eines Fremden. Das war nicht mein Naturell. Fünf Tage später wurde Günther von der Lübecker Kripo verhaftet. Wie ich befürchtet hatte, war einer seiner Junkies vor einer Diskothek von den Bullen abgeräumt worden, weil er die paar von Günther gekauften Gramm verhückern wollte. Um den Kopf aus der Schlinge zu ziehen, verriet er seinen Lieferanten. Ich schnappte mir den Delphin und fuhr nach Lübeck. Im Besucherraum des Untersuchungsgefängnisses Lauenhof machte ich ihm ein Angebot. Wir trennen uns und ich zahle ihn aus. Günther ging darauf ein. Für 50.000 Mark war ich ihn los. Mein neuer Partner wurde Werner, mit dem ich mich sowieso besser verstand. So startete ich mit Werner und zwei von ihm angeworbenen Kurieren in der ersten Novemberwoche Richtung Karibik und kam am dritten Advent als Weihnachtsmann zurück. Mit zwölf Kilo im Gepäck. Schnee für das Fest. Schon in der ersten Woche hatten wir die Hälfte des Kokains verkauft. Es schneite Kohle und wir alle waren gut drauf, inklusive Monika. Bis Jimmy mit dem Zug nach Hamburg kam, um seine 30.000 Mark Provision abzuholen. Er lud mich und Werner zu einer Weihnachtsparty nach Amsterdam ein. Ein internationales Koka-Event mit handverlesenen Gästen und vielen schönen Mädchen. Ideal, um zu feiern und Kontakte zu machen. Sofort verlor Monika ihre gute Laune, denn sie hatte für dieses Wochenende eine Familienfeier geplant, die wichtiger sei als die Sauferei in Amsterdam. Es gibt Dinge, für die es sich nicht lohnt, einen Streit zu riskieren. Und es gibt Dinge, für die lohnt es sich, dachte ich, und fuhr los. Eine richtige Entscheidung, die meine Geschäfte transformierte in kolumbianische Dimensionen. Das Haus lag an einer der Grachten der Amsterdamer Innenstadt. Die Gäste kamen tatsächlich aus aller Welt. Ich wurde vielen vorgestellt, man sprach Englisch und Spanisch. Schon nach kurzer Zeit schienen mir alle vertraut, wie Seelenverwandte. Einige Getränke später gesellte sich ein junger Typ zu mir, der seine langen schwarzen Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden hatte. Ein Eurasier mit chinesischen Augen in einem europäischen Gesicht. Er sagte, er heiße Kim, komme aus New York und habe gehört, dass ich Deutscher sei. Kim sprach von der großen Sympathie, die man in Südamerika für die Deutschen hege. In die Politik, selbst in die Mafia, würden viele Deutschstämmige ihre Pünktlichkeit und ihr Organisationstalent einbringen. Deshalb freue er sich, mich kennenzulernen. Und wenn er noch andere Deutsche treffen könne, umso besser. Ich lud Kim nach Hamburg ein. In den folgenden zwei Monaten besuchten wir uns häufig gegenseitig. Ich machte Kim mit Hamburgern bekannt, er stellte mir in Amsterdam seine Leute vor. Obwohl alle wussten, dass wir im selben Geschäft tätig waren, wurde über Geschäfte nie direkt gesprochen. Wir tauschten Kontakte aus und kamen uns näher. Ende Januar lud Kim uns nach Curaçao ein. Werner und ich besprachen die Sache und waren einverstanden. Ein paar Tage Urlaub in der Sonne können niemals schaden. Wir verrieten ihm nicht, dass wir Curaçao kannten und auch nicht, dass wir parallel zu unseren gemeinsamen Urlaubseindrücken ein Geschäft abzuwickeln gedachten. Die zwölf Kilo vom letzten Transport waren verkauft, wir brauchten frisches Kokain und verdoppelten den Einsatz. Sechs Kuriere, sechs Koffer, 24 Kilo für 200.000 Mark. Kim holte uns in Curaçao am Flughafen ab. Er hatte einen Holländer dabei, der aussah wie ein junger, durchtrainierter Soldat. Er hieß Pitt. Wir gingen in ein Fischrestaurant. Dort blieben wir nicht allein. Drei Südamerikaner gesellten sich zu uns. Es wurde strikt Spanisch gesprochen. Hin und wieder übersetzte Pitt für mich. Ich fühlte mich gecheckt. Als uns Kim wieder am Hotel absetzte, erklärte er, dass er am nächsten Tag keine Zeit für uns habe. Ich solle mich entspannen. Er rufe wieder an. Mir war das recht. Am nächsten Tag hatten Werner und ich viel auf dem Zettel. Bis zum Nachmittag holten wir unsere Kuriere, die in zwei Schüben auf der Insel ankamen vom Flughafen ab, brachten sie in ihre Hotels und instruierten sie. Außerdem hatte ich Lieferantentermine. Jimmy, der dieses Mal in Holland geblieben war, hatte die Kontakte telefonisch hergestellt. Und ich verbrachte den Rest des Tages damit, kreuz und quer über die Insel zu fahren, um Angebote einzuholen. Ich kaufte noch nichts. Wer 100.000 Dollar investieren will, kann Leute warten lassen. Bei der Rückkehr in mein Hotel fand ich eine Nachricht von Kim. Er wollte mich um 20 Uhr in der Hotelbar treffen. Kim erschien mit einem der Südamerikaner vom Vorabend und erklärte, dass er am nächsten Tag einen Abstecher nach Venezuela machen müsse. Komm doch mit, sagte er. Da erlebst du wenigstens was. Übermorgen sind wir zurück. Gute Idee. Meine Lieferanten würde ich ohnehin erst in drei Tagen wiedersehen. Werner blieb bei den Kurieren. Ich flog mit Kim. Als wir im Flieger nach Caracas saßen, erzählte Kim, er habe seine Reisepläne geändert. Er müsse ein Stückchen weiter nach Kolumbien. Schön, da wollte ich schon immer hin. Die neuen Tickets lösten wir im Flughafen von Caracas, zu meinem Erstaunen aber nicht nach Bogotá, der Hauptstadt Kolumbiens, sondern nach San Antonio, einer kleinen Stadt an der kolumbianischen Grenze. Warum, begriff ich, als wir in San Antonio gelandet waren. Wir wurden erwartet und über die Grenze gefahren, ohne dass jemand nach Pessen fragte. Im nächsten Flughafen auf kolumbianischem Boden kauften wir die Tickets nach Bogotá. Beim Anflug sah ich ein Meer aus kleinen Häusern, aus dessen Mitte Wolkenkratzer hervorragten. Eine Kette von Hochhäusern zog sich auch über den Kamm der Berge, die in Bogotá liegen. Mein erster Eindruck auf der Gangway, sehr dünne Luft. Die Stadt liegt zwei bis zweieinhalbtausend Meter über dem Meeresspiegel. Die Zugspitze ist kaum höher. Wir wurden von zwei Männern abgeholt. Beim Einladen des Gepäcks verrutschte dem Fahrer die Jacke und ich konnte sehen, dass er eine großkalibrige Pistole am Gürtel trug. Nachdem wir losgefahren waren, sprach ich Kim darauf an. Er lachte und sagte etwas auf Spanisch zu den beiden, woraufhin der Beifahrer grinsend eine Mini-Uzzi in seine Hand zauberte. Para Seguridad, zur Sicherheit. Kim erzählte mir, dass beide einen Waffenschein besäßen und für eine staatliche Spezialeinheit arbeiteten. Ich war ein bisschen verwirrt, ließ mir aber nichts anmerken. Wir erhielten vor dem Portal eines Hochhauses. Kim sprach mit dem Partner, der uns anmeldete. Der Fahrstuhl brachte uns zu einem Penthouse, wo uns ein Hausmädchen in Dienstkleidung an der Tür begrüßte. Das Penthouse hatte eine Wohnfläche von mindestens 500 Quadratmetern. Kim führte mich auf die Terrasse, unsere Begleiter und die vier Bodyguards des Hauses blieben im Apartment. Nachdem wir uns gesetzt hatten, versorgte uns ein zweites Hausmädchen mit Getränken. Der sehr gepflegte, etwa 35-jährige Hausherr erschien und umarmte Kim. Sein Name war Fernando. Er sprach Spanisch, Englisch und Französisch, aber blieb während seiner Unterhaltung mit Kim bei seiner Muttersprache, die ich noch immer nicht beherrschte. Für Huren reichte es, für Paten nicht. Trotzdem konnte ich mitbekommen, dass sie über Ernte, Verarbeitung und Transport von Drogen redeten. Fernando rief dann etwas zu einem der Bodyguards. Der sagte, Sie, Patron, und kam fünf Minuten später mit einer Flasche Chivas Regal, Eis und einem Paket zurück, das etwa so groß wie ein Buch war. Ein Buch aus Marihuana. Ein Riesenjoint wurde gedreht und den Rest des Abends genoss ich den Blick über die Metropole meiner Träume. Es war atemberaubend. Millionen Lichter funkelten in der Welthauptstadt des Kokains. Das Olymp ist eine Diskothek, tausend Meter über den Dächern von Bogotá. Und sie ist so in den Berg gebaut, dass sie zur Stadt hin aus einer einzigen Glasfront besteht. Wir fuhren mit drei Autos vor. Vorne ein Jeep, hinten ein Jeep, wir in der Mitte in einem 850er BMW. Der erste Jeep umrundete den Parkplatz, während wir davor warteten. Nachdem auch wir geparkt hatten und ausgestiegen waren, belauerten zwei der Bodyguards die Umgebung. Die anderen beiden gingen direkt neben uns, die Hände an den Waffen. In der kleinen Eingangshalle sahen wir, wie vor uns ein Mann durch eine Metalldetektorschleuse gehen musste, die man auch von Flughäfen kennt. Es piepte und der Mann gab einen großen Revolver an der Garderobe ab. Sie hatten ein eigenes Regal dafür. Wir gaben gar nichts ab. Fernando wurde von den Türstehern sehr respektvoll begrüßt und samt seiner Gäste und Bodyguards seitlich am Detektor vorbeigeleitet. In der Diskothek bekamen wir einen Tisch direkt vor der Fensterfront. Die Bodyguards saßen an Tischen links und rechts daneben. Auch innen war das Olymp dem Berg angepasst. Es sah wie ein Amphitheater aus, mit breiten Stufen und einer Tanzfläche, die frei zu schweben schien. Etliche offene Kamine waren über den gesamten Raum verteilt. Superambiente, Weltklasse-Service. Fernando orderte Chivas Regal für uns und eine Flasche Wein und Mineralwasser für die Bodyguards. Wir erhoben die Gläser, wobei Kim den Trinkspruch machte »La Familia, salut!« Ein paar Mädchen kamen an unseren Tisch und begrüßten Fernando. Er lud sie zu einem Drink ein, sie setzten sich. Eine von ihnen trug ein knallrotes Minikleid, hatte grüne Augen und packte ihre schwarzen Haare auf der Hüfte. Man drängte mich, mit ihr zu tanzen. Schon war sie um den Tisch gekommen und fasste meine Hand, um mich vom Stuhl zu ziehen. Ich machte mit. Auf der Tanzfläche versuchte ich, den Stil der anderen zu kopieren, was mir gut gelang, wie ich fand. Aber das Mädchen erklärte mir, dass Tanzen aus zwei Dingen besteht. Technik und Gefühl. Die Technik würde ich nie lernen, aber das Gefühl hätte ich schon. Wie sie mir das klar machte? Keine Ahnung. Tatsache ist, mit der Kolumbianerin im roten Kleid begann ich zum ersten Mal Spanisch zu lernen. Es ging wie von selbst. Je mehr ich trank, desto besser verstand ich Spanisch und verstand die Texte. Derzeit war eine Salsa zu hören, ein offenbar sehr beliebtes Lied, denn alle Gäste des Olymp sangen den Refrain mit, auch die an den Tischen. Und alle reckten bei der ersten Zeile die Arme nach oben, um sich bei der zweiten zu verbeugen. Ai Dios, amparame. Hey Gott, beschütze mich. Freie Fahrt Früh am nächsten Morgen flogen wir, wie Kim es versprochen hatte, wieder nach Curaçao zurück. Am Abend traf ich ihn im Rum Runners, einem Laden am Hafen. Ich gehe mal davon aus, dass du mich nicht mit nach Bogotá genommen hast, um mit mir einen Joint zu rauchen, sagte ich. Kim lachte. Er hatte die Frage offenbar erwartet. Sie haben dich gecheckt, Mann. Was denn sonst? Du wurdest immer zugecheckt. Meine Leute in Amsterdam checkten, ob ich dich mit nach Curaçao nehmen kann. Meine Leute hier checkten dich für Bogotá. Es war ein Test. Du hast ihn übrigens bestanden. Kim wurde von seinem Handy unterbrochen. Nachdem er das Gespräch beendet hatte, machte er ein noch fröhlicheres Gesicht und erklärte, alles an diesem Abend gehe ab sofort auf seine Rechnung. Außerdem schlug er vor, ins Pussycat aufzubrechen, die beste Diskothek am Ort. Auf dem Weg dorthin erklärte er mir, wie ich den Test in Bogotá bestanden hatte. Es gäbe ein paar ungeschriebene Gesetze in Kolumbien. Wenn zum Beispiel nach dem Essen der Gastgeber seinen Gästen eine Laien absolut reines Kokain servieren lässt, kann man zwei Fehler machen. Erstens, man lobt das gerade konsumierte Kokain. Der zweite Fehler, man fragt nach einer zweiten Laien. Wer das macht, wird nicht mehr ernst genommen. Bei Geschäftsbesprechungen dürfe das Angebot zu Koksen überhaupt nicht angenommen werden. Und seine Reputation als seriöser Krimineller habe endgültig verloren, wer bei laufenden Verhandlungen auf anwesende Frauen reflektiere. Fürs Feiern gelte allerdings genau das Gegenteil. Ich hätte alle Regeln beachtet, ohne sie zu kennen und Fernando habe grünes Licht gegeben. Grünes Licht? Wofür? Für freie Fahrt, Mann. Was meine Geschäfte betraf, gab es erst am nächsten Morgen gute Nachrichten. Ein Lieferant rief an. Er habe erfreuliche Neuigkeiten. Es seien nun doch nicht alle Zimmer ausgebucht. Deshalb könne er sie mir wieder zu den alten Konditionen vermitteln. Im Klartext. Eine neue Lieferung war auf der Insel angekommen, die so groß war, dass man über vernünftige Preise reden konnte. Ich holte die 100.000 Dollar aus dem Hotel-Safe, fuhr sofort los und kehrte bereits nach zwei Stunden wieder zum Hotel zurück. Werner übernahm den Wagen, um die Pakete unter den Kurierin aufzuteilen. Die Koffer würden wir erst am nächsten Tag packen. Für die Rückreise gab es ein neues Programm. Werner hatte vor der Reise dafür plädiert, diesmal nicht in Hamburg durch den Zoll zu gehen, sondern in Schiphol, Amsterdam. Unsere Zöllner hätten uns in letzter Zeit zu oft gesehen. Bei 24 Kilo wolle er kein Risiko eingehen. Am Morgen vor unserer Abreise besprachen wir mit den Kurieren unsere Taktik. Der Flughafen auf Curaçao stellte kein Problem mehr dar, denn die Beziehung zu Amigo 2 hatte sich längst zu einer wunderbaren Freundschaft ausgewachsen. Aber es gab keinen Amigo in Schiphol und dort mussten immerhin sechs Mann mit sechs Koffern unbeschadet durch den Zoll. Es stimmt natürlich, selbst wenn nur drei durchkommen sollten, wäre unser Geschäft bereits ein voller Erfolg gewesen. Aber sowas sollte man Kurieren vor der Abreise nicht erzählen. Alle Menschen sind gleich, besonders Zöllner. Sie ticken wie Automaten. Wenn man unbedingt von ihnen kontrolliert werden will, sollte man während des Fluges viel trinken, denn Zöllner reagieren auf Besoffene, als hätten sie eine rote Mütze auf. Nachdem wir also in Amsterdam gelandet waren und die Kuriere ihre Koffer aufgeladen hatten, marschierte ich wankend und mit einer Riesenfahne los, um vor ihnen am Zoll zu sein. Wie erwartet griffen sie mich raus. Meine Aufgabe bestand nun darin, möglichst schnell die Aufmerksamkeit aller hier dienstturenden Beamten zu gewinnen. Ich musste sie wütend machen. Mein Vater hatte seinerzeit weniger Probleme an holländischen Grenzen. Der konnte sogar Waffen vorzeigen, sagte ich, als sie mich rauswinkten. Sie wühlten in meinem Koffer wie junge Hunde. Zwei Zöllner, ein Mann und eine Frau. Und aus den Augenwinkeln konnte ich beobachten, wie der erste Kurier durchgewinkt wurde, weil auch die anderen nur darauf geiferten, was mit mir geschah. Und durch war Kurier Nummer zwei. Und Nummer drei. Und jedes Mal hörte ich in meinem Kopf ein Geräusch, wie es Registrierkassen machen. 200.000 Mark und noch einmal sechsmal ganz glatt. Das machte abzüglich der Spesen bei ungünstigster Rechnung eine Million Mark. Die Plastiktüten Monika war nicht zu Haus, doch sie rief an, sobald ich auf dem Sofa saß und ein Bier aufmachte. Nachdem ich ihr bestätigt hatte, dass alles klar gegangen war, teilte sie mir mit, ich sei eine lange Zeit weg gewesen und einige Dinge seien liegen geblieben. Ich hätte heute ein paar Wege zu machen. Zudem sei ihr Sohn nach der Schule zur Oma gegangen, wo ich ihn abholen könne. Zwischendurch seien noch einige Einkäufe zu tätigen. Ich weiß heute nicht mehr, warum. Ich hatte einen irren Trip hinter mir und ich hatte noch nicht geschlafen. Außerdem war ich so gut wie Millionär. Aber statt mich lang zu machen, stand ich auf, erledigte den ganzen Batzen und kam am frühen Abend mit Peter wieder nach Haus, um sofort mit Mutter und Sohn erneut aufzubrechen, in ein Steakhaus, weil sie Hunger hatten, plus Umweg zur Oma, denn Peter hatte etwas bei ihr vergessen. Gegen 21 Uhr lag ich endlich im Bett. Die Geschäfte liefen schleppend an, aber als ich herumsprach, dass die Qualität unserer Ware alles andere auf dem Markt bei Weitem übertraf, ging das Koks weg wie warme Semmeln. Die 24 Kilo waren nach zwei Wochen fast ausverkauft. Zu diesem Zeitpunkt bat uns Kim für ein Gespräch nach Amsterdam. Wie ich vermutet hatte, war für ihn die Phase des Kennenlernens beendet. Er bot nun Geschäfte an. Ich bekam ab sofort und jederzeit jede Menge, die ich wollte, direkt aus Amsterdam. Das Kilo für 40.000 Mark. Im Preis inbegriffen war die Lieferung bis Hamburg. Ich brauchte nur anzurufen. Auch für meine eigene Exporte bot Kim mir Hilfe an. Ab sofort kaufst du auf Curaçao nicht mehr von Bimbos, sondern von Kolumbianern, sagte Kim. Das hat Fernando mit grünem Licht gemeint. Von nun an diktierten wir die Preise am Hamburger Markt. Wir hatten erstklassige Ware, nie Lieferschwierigkeiten und vernünftige Preise. Auch der nächste Karibik Direktexport war nach zwei Wochen ausverkauft. Der übernächste ebenso. Wir mussten in den kommenden vier Monaten viermal nach Curaçao fliegen, um den Hunger Hamburgs nach Kokain zu befriedigen und die Engpässe füllten wir mit zwei wöchentlichen Einkäufen bei Kim. wurde ich auch so eine Art Experte im Organisieren von Gruppenreisen, denn die Zahl der Curaçao Kuriere wuchs ständig. Ich war gut zu ihnen. Ein Kilo Honorar, Business Class, kein Geiz bei Spesen. Achtmal waren die Transporte bisher glatt durchgegangen. Das war gegen das Gesetz der Serie, denn 10% Verlust ist normal. Ein Glücksstern strahlte über meinen Geschäften. Bei Koksgeschäften wird bar bezahlt, mindestens 70.000 Mark, weil wir unter einem Kilo nichts mehr rausgaben. Die sicherste Methode, solche Summen zu transportieren, sind nicht die berühmten Koffer, die man sich ans Handgelenk kettet, sondern Plastiktüten. Die Plastiktüten kamen zu mir ins Haus, sie kamen jeden Tag und irgendwann waren es so viele, dass wir mit dem Zählen Probleme bekamen. Ich fragte mich, ob man Geld auch wiegen kann, statt es zu zählen. Ich probierte es aus. Zu meiner Überraschung war die Waage ziemlich präzise. Bei einer Summe von 70.000 Mark wuchs sie auf 300 Mark genau. Bei diesem Stand der Dinge waren Monika und ich trotz ausschweifendsten Lebenswandels nicht mehr in der Lage, das Geld auszugeben. Wir schwammen darin. Sie verbrauchte allein in den zählte die Flaschen, die man für ein Champagner Vollbart braucht. 400 Stück, aber dann ist man auch bis zu den letzten Brusthaaren drin. Aber das Geld war mir scheißegal. Ich meine, das Geld an und für sich. Nicht scheißegal war mir dagegen die Geldbeschaffung. Das Abenteuer. Das Koksgeschäft gehört zweifellos zu den sieben größten Abenteuern der Gegenwart. Es gab auch unerfreuliche Themen. Jan rief mich an, der Halbbruder von Monika. Er bat mich, ihm Kokain auf Kommission zu verkaufen. Vielleicht war es Dankbarkeit, vielleicht wollte er mir seine Loyalität beweisen. Nachdem ich zugesagt hatte, erklärte mir Jan, dass er seine Halbschwester auf Nacktfotos mit Günther gesehen habe. Seine Halbschwester war meine Frau. Ich fiel aus allen Wolken. Monika hatte ein Verhältnis mit Günther gehabt. Es hatte vor gut einem Jahr begonnen und endete nach seiner Verhaftung. Aber sie war nicht nur fremd gegangen, sie hatte Günther auch ständig über meine geschäftlichen Pläne informiert. Das war doppelter Verrat. Ich überlegte mich sofort von ihr zu trennen. Doch da gab es Probleme, denn Monika wusste zu viel von meinen Geschäften. Ich war nie fremd gegangen, d.h. ich hatte kein Verhältnis begonnen. Bei anderen Frauen suchte ich lediglich Sex, ohne Einsatz von Gefühlen. Das wollte ich als erstes ändern. Ich war frei für eine Geliebte. Zu dieser Zeit wurde mir ein Mercedes 500 SL Cabriolet angeboten. Der Wagen ging locker auf 280, Höchstgeschwindigkeit war 300 Kilometer in der Stunde. Es hieß Abschied nehmen vom Delfin. Ich später herausstellen würde, denn er war nicht nur schneller als jeder Porsche und Jaguar, er war auch schneller als jeder Einsatzwagen des BKA. Die fahren keine Ferraris. Dafür ist der Staat zu arm. Zu diesem Zeitpunkt waren jedoch nicht die Bullen das Thema, sondern wer auf dem Beifahrersitz Platz nahm. Ich probierte eine Reihe Frauen durch, doch bei keiner dockte mein Herz an. Das sollte sich ändern, als Kim wieder mal nach Hamburg kam. Wir feierten das Wiedersehen im Aphrodite, einem Fünf-Sterne-Puff in Hamburg-Rahlstedt. Mir wurde die Puffgängerei langsam langweilig, aber Kim war mein Gast, ebenso sein Begleiter, ein Kolumbianer namens Eduardo, auch Werner war dabei. Schon beim Reinkommen sahen wir eine gute Auswahl an schönen Frauen an der Bar auf Freier lauern. Wir schickte ich nach kurzer Unterhaltung wieder weg, weil sie alle wenig inspirierend waren und mir das Puffgelabere voll auf die Nerven ging. Nicht doof war, wie sich dann herausstellen sollte, ein Mädchen, das mir gegenüber saß und sich, wie ich, ein bisschen zu langweilen schien. Wir kamen irgendwie ins Gespräch und genauso irgendwie flog nun die Zeit dahin. Das Mädchen hieß Niki. Als wir am frühen Morgen aufbrachen, fragte mich Niki, ob wir vielleicht dieselbe Richtung hätten. Sie brauchte einen Lift nach Hause. Vor ihrer Wohnung angekommen, fragte sie mich, ob ich noch einen Kaffee wolle. Ich lehnte ab. Es ging mir nicht um Sex. Den konnte ich an jeder Ecke bekommen. Ich wollte mit ihr essen gehen. 14 Tage hintereinander ging ich mit Niki essen oder bummeln. Ich wollte prüfen, ob sie hielt, was ich in ihr sah. Erst als ich mir dessen sicher war, hatten wir Sex. Auch der Sex passte und damit passte alles. Niki verkörperte, was ich bei Frauen suchte. Schön, klug, gut im Bett. Angesichts ihres Jobs und der damit verbundenen Lernergebnisse war natürlich klar, dass ich sie erst ein bisschen zerbrechen musste, um würde sie selbstständig machen und ich liebe unabhängige Frauen. Ich schenkte ihr deshalb Edelsteine, Gold und Perlen, denn Kunden, die pleite sind, bezahlen das Koks oft mit Schmuck und war mit ihr so oft zusammen, wie es eben ging. Ich war nicht verliebt, keine tiefen Gefühle, es war eine Art Freundschaft, die uns zusammenhielt. Freundschaft plus Sex. Ansonsten gab's für mich fast nichts zu tun, denn das Geschäft lief quasi von selbst, bis Werner eines Morgens mit einer Plastiktüte ein Restaurant betrat, in dem ich mit Niki saß und frühstückte. In der Plastiktüte sei eine Million Dollar für Kim. Er habe zweimal nachgezählt. 700.000 für bereits geliefertes Kokain, 300.000 für eine neue Sendung. Eigentlich wollte Werner es ihm bringen, aber Kim habe darum gebeten, dass ich nach Amsterdam käme. Er habe Sehnsucht nach mir. Ich ahnte nicht, dass mit dieser Reise das Spiel in der Oberliga begann. Es war ein schöner Sommertag. Kim hatte einen Tisch vor dem Restaurant an den Grachten gewählt. Es waren zwei Kolumbianer bei ihm. Einer wurde mir als Alberto vorgestellt und hatte eine Führungsposition im Kartell. In der Art, wie mir Alberto im folgenden Fragen stellte, erkannte ich schnell Kompetenz und Macht. Als der andere Kolumbianer sich mit einer Anmerkung in unser Gespräch einmischte, wurde er durch eine Handbewegung Albertos mitten im Satz zum Schweigen gebracht. Merkwürdigerweise hatte ich sofort einen guten Draht zu Alberto und auch ich war ihm sympathisch wie es schien, denn er drängte mich zu einer Probefahrt mit meinem SL. Etwa eine Stunde fuhren wir kreuz und quer durch die Stadt. Wir sprachen über Technik und Preise und darüber, wie man so ein Auto nach Kolumbien exportiert. Dann kam Alberto abrupt zum Koksgeschäft. Er bot mir eine gewisse Partnerschaft an. Ich sollte seine Lieferungen in auf seinen Transportwegen mitschicken. Ich kam ein bisschen durcheinander, denn Alberto sprach von Tonnen. Er bemerkte mein Grübeln und schlug vor, ich solle mir alles vor Ort ansehen, bevor ich entschied, ob ich einsteigen wolle oder nicht. Ich lade dich nach Kolumbien ein, sagte Alberto. Da wirst du die Modalitäten besser verstehen. Er gab mir ein paar Telefonnummern und ein paar Namen. Melde dich mit Rinaldo und sag, dass man dich auch Gordo nennt. Dann werden sie den Kontakt mit mir herstellen. Zurück im Restaurant sprach Alberto von dem SL mit einer Begeisterung, die eigentlich den Frauen gebührt. Er hatte auch einen Namen für ihn. Jag Var. So nennen die Indianer im Amazonas den Jaguar, weil er die einzige Großkatze ist, die den Dreisprung beherrscht. Was heißt Jaguar? fragte ich. Der im Fliegen jagt, antwortete Alberto. Jaguar Die nächste Reise nach Curaçao stand an. Mit zehn Kurieren und 300.000 Dollar Cash. Werner und ich hatten jeweils die Hälfte davon in unserem Handgepäck. Nach zwölf Stunden Flug waren wir am Ziel. Nach dem Einchecken verließ ich mein Hotel und rief aus einer Telefonzelle meine Lieferanten an. Anschließend wählte ich die Nummer, die Alberto mir gegeben hatte. Ein Mann meldete sich, der fast perfektes Deutsch sprach. Ich sagte, mein Name sei Rinaldo, aber meine Freunde nennten mich auch Gordo, worauf hinder mich um meine Telefonnummer und Adresse bat. Man werde noch heute zurückrufen. Ein paar Stunden später meldete sich ein Seil. Morgen kämen die Reiseunterlagen. Ich solle bitte um 13 Uhr in meinem Hotelzimmer sein. Am nächsten Tag standen zur verabredeten Zeit eine etwa 25-jährige Frau und ein Mann um die 30 in meiner Tür. Sie brachten mir Tickets und einige Papiere. Abflug nach Bogotá am folgenden Tag um 19 Uhr. Ein Luxushotel sei reserviert. Einen Tag später bringe mich ein Privatflieger zu einem Ort, dessen Namen ich noch nie in meinem Leben gehört hatte. Von dort gehe es mit einem Jeep zu irgendwelchen Sehenswürdigkeiten. Frage Ist es nicht unklug, einen kolumbianischen Einreisestempel in meinem Pass zu haben? Antwort Es wird keinen Stempel geben. Schöner Flug. Schöne Landung in Bogotá. Noch bevor ich mich bei der Passkontrolle in die Schlange einreihen konnte, wurde ich von hinten angesprochen. Señor Rinaldo, Señor Rinaldo, Momento. Ich drehte mich um und sah zu meiner Überraschung den Mann, der mir gestern die Reiseunterlagen gebracht hatte. Ein hochdekorierter kolumbianischer Zöllner gab zwei mit Maschinenpistolen bewaffneten Soldaten ein Zeichen, worauf sie direkt auf mich zukamen. Der hochdekorierte ebenso. Er reichte mir die Hand. Señor Rinaldo, ich werde Sie nun durch den Diplomaten Ausgang geleiten, Sie sind hier völlig sicher, Ihr Wagen wartet vor dem Gebäude. Der Geleitschutz führte mich durch Türen und Gänge an salutierenden Kontrollposten vorbei ins Freie. Mein Gepäck wurde von einem der Soldaten getragen. Am Jeep empfing mich ein fast unterwürfiger Fahrer. Er brachte mich in ein Fünf-Sterne-Hotel im Zentrum Bogotas. Hier war eine Suite in der obersten Etage für mich reserviert. Ich hielt mich nicht mehr lange wach. Der Temperaturwechsel zwischen Karibik und Anden und die dünne Luft blockierten meine Energien. Ich träumte von einem Klingeln an der Tür. Als ich erwachte, klingelte es weiter. Es war mein Fahrer mit einem Kellner im Gefolge, der einen Buffetwagen mit Frühstück ins Zimmer rollte. Grinsend erklärte mir der Fahrer, ich müsse in einer Stunde am Flughafen sein. Es war sechs Uhr. Am nationalen Flughafen wartete eine sehr moderne zweimotorige Propellermaschine. Zwei Piloten, eine Stewardess. Ich war ihr einziger Passagier. Während des Fluges wurde mir ein kleiner Imbiss sowie eine Flasche 24 Jahre alter Whisky mit Eis und Cola serviert. Ich hatte das nicht geordert. Man war hier offenbar gut über mich informiert. Nach etwa einer Stunde landeten wir im Irgendwo auf dem privaten Rollfeld einer großen Hacienda. Alberto begrüßte mich und erklärte, wie es weitergehen sollte. Die Maschine wird aufgetankt, dann werden wir in ein Gebiet fliegen, wo du dir die Herstellung von Kokain ansehen kannst. Genaue Ortsangaben machte er nicht, nur, dass das Ziel nicht mehr in Kolumbien liege. Wir flogen zunächst über einige Bergketten und dann nur noch über den Amazonas. Stunde um an, was Alberto dazu nutzte, mir das Einmaleins der Kokainproduktion zu erklären. Es beginnt bei den Capesinos, den Bauern, die Kokain anbauen, um zu überleben. Die Blätter werden von ihnen an die Labors übergeben. Der Ankauf der Kokablätter sowie ihre Umwandlung in Kokain kosten rund 600 Dollar pro Kilo. Wenn das Kokain versand fertig ist, beauftragt man eine Gruppe, die sich auf 100 Dollar pro Kilo bringt sie die Ware quer durch Kolumbien, ein Land, das doppelt so groß wie Deutschland ist und zur Hälfte aus unwegsamen Dschungel besteht an die Küste. Von den Seehäfen geht das Kokain per Schiff in alle Länder der Erde. Das kostet, je nach Schwierigkeitsgrad, von 500 bis 5000 Dollar pro Kilo. Eine andere Gruppe in Kolumbien versichert Transporte. Kommt es zu Beschlagnahmungen durch die Polizei, wird die Ware von ihr ersetzt. Allerdings schlägt die Versicherungsprämie mit 1000 Dollar pro Kilo zu Buche. Und natürlich müssen auch die Guerillas bezahlt werden, die innerhalb Kolumbiens Geleitschutz geben, sowie die Guerillas in den Nachbarstaaten, die die Labors bewachen. Aber das würde ich ja gleich sehen. Als der Flieger zu einem Tiefflug ansetzte und wir den Baumkronen gefährlich nahe gekommen waren, erklärte Alberto, dass wir das Radar unterfliegen müssten und im Begriff seien, den kolumbianischen Luftraum zu verlassen. Ein Berg ragte aus dem Wald heraus, sein Gipfel lag in den Wolken. Pico de Nebelina, sagte Alberto. Wir sind in Brasilien. Nach der Landung auf einem Dschungelflughafen brachte uns ein Jeep zunächst über Wege und dann nur noch über Lehmpisten zu einem Haus, das in einem Stück gerodeten Urwald stand. Rinder grasen in der Nähe. Wir setzten uns auf die Terrasse und ich trank Unmengen Limonade mit Zucker, denn mir war, als hätte ich eine Sauna betreten. Außer dem Hausherrn war noch ein etwa fünfzigjähriger Mann auf der Veranda zugegen, der für mich wie das fleisch gewordene Abenteuer aussah. Alberto stellte ihn mir als den Buschpiloten vor. Er werde mich mit seiner Cessna nun zu einem Labor bringen und mir dort alles zeigen. Die Cessna folgte dem Lauf des Flusses, der nicht mehr als fünf Meter unter uns lag. Dann zog sie wieder an, um über den Wald zu fliegen und setzte schließlich unvermittelt zu einer Landung an, die man woanders Sturzflug genannt hätte. Das Waageschnell knallte auf eine Dschungelpiste und wir rollten aus, wo es eigentlich nichts auszurollen gab. Fünf Meter vor dem Unterholz kamen wir zum Stehen. Schmutzige Männer mit Schnellfeuergewehren empfingen uns. Amigos, sagte der Buschpilot. Irgendwo im Dreiländereck von Kolumbien, Venezuela und Brasilien nahm ich Platz auf einem Speedkanu, um etwa vierzig Minuten auf einem kleinen krokodilverseuchten Fluss zu fahren. Ein zweites Boot mit Guerillas folgte uns. Was ich rechts und links am Ufer sah, kam mir vor, wie die Gebärmutter der Welt. Alles dampfte, alles atmete, alles blühte und verweste zugleich und das Wasser schimmerte in modrigen Farben. Nach der Bootsfahrt ging es noch mal zu Fuß 200 Meter in den Dschungel hinein. Dann hatten wir das Labor ein paar Unterstände mit Zeltplanen und Hängematten. Selbst die Becken, in denen man das Kokain produziert, bestanden aus simplen Plastikplanen. Man hatte sie wie ein umgedrehtes Zelt an Holzpflöcken aufgespannt. Immer wenn ich später davon hörte oder las, dass wieder ein Kokainlabor von Regierungstruppen ausgehoben worden sei, wusste ich, was das de facto zu bedeuten hatte. Beschlagnahmung von Zeltplanen und Kochtöpfen. Die Kokablätter werden verbrannt. Das Kartell verbucht den Verlust einer Summe, die ein einzelner Mann auch im Puff verlieren kann. Nun wurde mir die Herstellung des Kokains erklärt. Die Kokablätter kommen in die Becken. Man schüttet Treibstoff drauf und das wird so lange gestampft und umgerührt, bis die Alkaloide aus den Blättern geschwemmt sind. Nachdem die Blätter rausgefischt wurden, bleibt eine stinkende schwarzbraune Brühe zurück. Der Chemiker, hier Koch genannt, lässt jetzt Chemikalien einrühren, bis die Brühe kristallisiert. In die Plane wird ein Loch geschnitten, der Rest der Suppe läuft ab. Und was wir haben, ist Base. Durch die Beigabe von Aceton wird das Endprodukt daraus. Etwa 30 Männer produzieren auf diese Weise pro Woche eine Tonne Kokain. Wir blieben etwa zwei Stunden bei den Coca-Köchen, fuhren dann mit dem Boot zurück zur Cessna, mit ihr zurück zu Alberto. Der Jeep brachte uns zu dem kleinen Flughafen, der Privatjet war aufgetankt. Ziel Bogotá. Während des Fluges kam Alberto zu seinem eigentlichen Anliegen. Er mache ständig Transporte und das in die ganze Welt, wobei das Transportieren und Einführen in ein Land eigentlich nicht das Problem darstelle. Probleme begannen erst bei dem Personal, das das Koks dort verkauft. Da würde oft betrogen. Schwierig seien auch die Rücktransporte der Gelder, denn dafür könne er nicht einfach einen Kolumbianer losschicken. Seine Nation habe bei jedem Zoll weltweit den schlechtesten Ruf. Deshalb kauften sie in England alles an Kunst und Gemälden auf, was sie kriegen könnten, doch das allein reiche nicht aus. Sein Angebot Ich transportierte für ihn Bargeld und bekäme 10% von jeder Summe, die ich ihm nach Kolumbien brächte. Außerdem könne ich mich mit eigenem Kokain seinen Transporten anschließen. Er würde mir dafür in Kolumbien günstige Einkäufe ermöglichen. Sie wollten neue Transportwege ausprobieren und suchten einen Partner, der ihnen in Polen half. Sie liefern die Ware bis Danzig, dort sollten sie deutschsprachige Europäer übernehmen. Er habe gehört, dass in Polen viel Deutsch gesprochen würde. Sollte ich bei diesem Geschäft einsteigen wollen, könnte ich jede Menge, die ich finanzieren kann, über seinen Transport mitlaufen lassen. Natürlich verlangte Alberto Sicherheitsleistungen, aber unterm Strich kamen Gewinne heraus, die mich schwindelig machten. Es ging um zwei Tonnen. Mein Anteil 250 Kilo. Mein Unter mir lag der Amazonas und über mir ein Universum von Möglichkeiten. Die Bullen Zurück in Hamburg überkam mich das Gefühl, beschattet zu werden. Ich suchte daraufhin einen befreundeten Polizeireporter auf, von dem ich wusste, dass er mit einem Scanner arbeitet. Das ist eine Art Radiogerät, mit dem man sämtliche Polizeisender abhören kann. Das Gespräch wurde sehr ergiebig und der Journalist stattete mich mit einer kompletten Frequenzliste aus, auf der auch aufgeführt war, um welche Einheiten es sich jeweils handelte. Für mich waren eigentlich nur vier Frequenzen interessant, Rauschgiftdezernat und Zollfandung. Schon am kommenden Tag hatte ich für knapp 1000 Mark einen Scanner erworben und die wichtigen Frequenzen einprogrammiert. Er ersetzte von nun an mein Autoradio. Auch zu Hause lief er ständig. Ich hörte die Polizei ab, wenn sie mich beschattete. Erst wenn einer sagte, lass uns mal auf die sichere Leitung gehen, war das Hörspiel vorbei. Die sichere Leitung waren die C-Netz Handys der Polizei. Ich traf mich nun mit einem befreundeten Elektronik Spezialisten, dessen Fachgebiet Telefontechnik war, und fragte ihn, ob man auch die C-Netze abhören könne. Wenig später stand ein großer Karton auf meinem Wohnzimmertisch. Mein Elektroniker machte ihn mit einem breiten Grinsen auf und holte eine Apparatur heraus, die er wie eine Reliquie vor mir aufbaute. Eine mobile Catch-Station. Catch ist das englische Wort für Fangen, sagte er. Sie fängt C-Netz Telefonate ein, speichert ihre Kennnummern und jedes Mal, wenn von diesen Nummern telefoniert wird, ertönt auf deinem Catcher ein akustisches Signal und das Gespräch wird aufgezeichnet. Ich saß davor wie ein Kind zu Weihnachten. Nun konnte ich auch die sichere Leitung der Polizei belauschen, so wie ihr privates Gesülze. Der Elektroniker teilte mir mit, dass dieses Gerät noch zu erweitern sei. Man könne mit einem Zusatzteil die C-Telefone dazu bewegen, ihre Mikrofone auch zu öffnen, wenn gerade nicht telefoniert wurde. Dann funktionieren die Mikrofone in den Muscheln wie Abhörwanzen. So konnte man jedes Gespräch, zum Beispiel im Innern eines Autos, abhören, auch wenn die Telefone abgestellt waren. Ich dachte sofort an mein eigenes C-Netz-Telefon und sammelte auch alle C-Netz-Handys meiner Leute ein und schlug mit dem Hammer drauf. Wir stiegen komplett auf D-Netz um. Wir hatten drei konspirative Wohnungen, in denen wir das Koks und das Geld bunkerten und uns besprachen. Leider wurden die Besprechungen immer unerfreulicher. Werner hatte eine Persönlichkeitsänderung vollzogen. Er war ein Junkie geworden. Sein Tag begann mit einem guten Morgen Näschen, danach kokste er weiter, immer und überall. Es ging mir nicht darum, dass er seinen Verbrauch aus der gemeinsamen Ware entnahm. Es ging darum, dass Werner sich charakterlich zu verändern begann. Er streckte sein Kokain um zehn Prozent. Das war gegen unsere Abmachung. Ich hatte nun einen Süchtigen als Partner, der mich noch dazu beschiss. Werner verdiente auf diese Weise pro Kilo 10.000 Mark extra, die er sich in die eigene Tasche schob. Außerdem stank mir seine Personalpolitik. Er hatte mir Johnny als Kurier aufgedrängt, den ich von Anfang an nicht mochte und nie in unserer Gruppe haben wollte, weil er ein Baser war. Beim Basen wird das Kokain mit Ammoniak aufgekocht und eine neue Droge entsteht, die mit Koks nichts mehr zu tun hat. Sie macht so süchtig wie Heroin, schlimmer noch, denn sie hat eine extrem kurze Wirkungszeit und zwingt den Verbraucher ständig nachzulegen. Werner ignorierte meine Einwände gegen Johnny und arbeitete immer enger mit ihm zusammen. Mehr und mehr Gelder flossen nun an mir vorbei. Nur durch Zufall erfuhr ich, dass Kilos, die Werner von Kim erhalten hatte, bei guten Kunden in Norderstedt auftauchten und nicht mit mir abgerechnet waren. Eine Firma in der Firma baute sich auf. Sein größter Fehler aber bestand darin, dass er versuchte Kim auf seine Seite zu ziehen. Werner wollte mich ausboten. Kim rief mich an und bat mich dringend nach Amsterdam. Ein guter Freund sei zu Besuch gekommen und wolle mich unbedingt sehen. Kims Aufgabe für das Treffen sei die Beschaffung von suranesischen Huren. So wie Kim das rüber brachte, hörte es sich wirklich wichtig an und suranesische Huren war das kommen. Ich hatte mit Alberto abgesprochen, dass ich meinen Anteil an den Investitionen seinen Leuten in Amsterdam übergebe. Ich holte das Geld und Jaguar jagte. Vier Stunden später umarmte mich Kim in seiner Wohnung. Die Kolumbianer waren noch nicht da. Kim nutzte die Wartezeit, um er einen Drink zu machen. Er sagte, er habe mir etwas Wichtiges zu berichten, aber es falle ihm raten, dass ich Werner kontrollieren solle. Er betrüge mich. Er habe Kim vorgeschlagen, direkt mit ihm Geschäfte zu machen. Kim versicherte mir, er werde das nicht mitmachen und bat mich, das auch Juan zu sagen. Kim sei seriös. Juan? Der Europaschef des Kartells. Er kam wenig später mit drei Leibwächtern in die Wohnung und begrüßte mich genauso herzlich, wie Kim es vorher getan hatte. Nach einem kurzen Austausch von Freundlichkeiten kam Juan sehr schnell zum Geschäft. Ich legte meine Reisetasche auf den Tisch. Eine Million US-Dollar in bar. Juan rief einen seiner Leute, der mit der Tasche in ein Hinterzimmer ging, um das Geld zu zählen. In der Zwischenzeit informierte er mich darüber, wo das Kokain hergestellt wurde, wer es wohin transportierte und welche Unkosten inklusive der Bestechungsgelder dadurch entstanden. Sein Mann kam mit dem Geld zurück und legte mir 300 Dollar auf den Tisch. Er sagte, ich hätte mich verzählt. Er sah mein erstauntes Gesicht und setzte nach, er habe das Geld dreimal durch die Zellmaschine geschickt, diese 300 seien zu viel. Es war eine wichtige Erfahrung für mich. Es kann sein, dass nicht jeder so denkt wie ich, aber die Kolumbianer sind absolut korrekt. Sie verlangen dasselbe aber auch von ihren Partnern, wobei sie immer misstrauisch sind. Ihre Stärke liegt darin, dass sie das Misstrauen nicht zeigen. Sie überprüfen und kontrollieren ständig und diskret jede Einzelheit des Geschäfts. Trotzdem bekommt niemand das Gefühl, man würde ihm nicht trauen. Alles war besprochen, alles war perfekt. Juan goss mir einen Whisky Cola nach im richtigen Mischungsverhältnis und lud mich ein, nun sein Gast zu sein. Man habe einen kompletten Puff für die Nacht gemietet, also kolumbianische Verhältnisse, sieben Mädchen auf einen Mann. Auf dem Weg zum Puff saß ich neben Juan im Fond einer Limousine und ließ die Lichter der Stadt an mir vorbeifließen, so fuhren wir einige Zeit schweigend jeder in seine Gedanken vertieft, bis Juan unvermittelt mein Problem in Hamburg ansprach. Er habe gehört, ich hätte Ärger mit Partnern. Ich könne das über seine Leute erledigen lassen, denn er hätte immer einen, wie er es nannte, Reinigungstrupp zum Saubermachen zur Hand. Er bezahle ihn dafür, ständig einsatzbereit zu sein. Ich gab Juan zu verstehen, dass ich sein Angebot zu schätzen wisse, aber mein Problem selber lösen werde. Und anders. Es sei alles nicht so schlimm. Grafias adios, sagte Juan, Gott sei Dank, aber wenn du den Reinigungstrupp mal brauchst, sag Bescheid, die Jungs gammeln ohnehin die meiste Zeit nur rum. Ich machte kein großes Theater daraus und trennte mich von Werner nach unserer nächsten Curaçao Tour. Es schien ihn nicht sonderlich zu deprimieren. Erst als auch diese 50 Kilo ausverkauft waren und er erfahren musste, dass weder Kim noch meine Lieferanten auf Curaçao ihn ohne mich als Kunden akzeptierten, ließ seine gute Laune nach. So viel zu Werner. Und so viel zu Monika. Ihre gesamte Familie verbrachte die Weihnachtstage bei uns, denn wir hatten mittlerweile ein Haus gemietet und Monika hatte es für eine halbe Million komplett renovieren und neu ausstatten lassen. Das war ihr Weihnachtsgeschenk für uns alle. Dort erreichte mich ein Anruf von Kim und ich war schlagartig wieder bester Laune. Die erste Teillieferung war in Danzig angekommen und befand sich bereits außerhalb des Zolls. Die Kolumbianer hatten ihren Teil des Geschäfts also korrekt erledigt. Jetzt musste ich Kim und eine weitere Vertrauensperson des Anteil an der Lieferung plante ich einen eigenen Transport. Da hatte ich keinen Zeitdruck. Aber Kim schien hektisch. Er hatte schon in den Mercedes von einem seiner Kuriere einen Schmuggeltank einbauen lassen. Kim selbst wollte mit mir fahren. Ebenso Mike, sein bester Mann in Amsterdam. Den Schmuggelwagen würden Tom und Petra steuern. Tom und Petra waren ein etwas älteres Hamburger Pärchen, das häufig für Kim Kurierfahrten mit Kokain und Haschisch durch ganz Europa machte. Ich besorgte einen Jeep von meinem Schwager, weil niemand, der noch alle Sinne beisammen hat, mit einem 500 SL nach Polen fährt. Es sei denn, er ist Pole und hat eine Lackierpistole. Tom und Petra fuhren vor uns und hinter uns klebte der klapprige Mercedes eines Polen, der nach der Grenze Tank des Schmuggelfahrzeugs nur noch zehn Liter Benzin fasste und so dauerte es ein bisschen, bis wir die deutsch-polnische Grenze erreichten. Nach der Grenze übernahm der Pole die Führung und wir fuhren nun endlos lange auf einer überlasteten Landstraße nach Danzig. Das Hotel war klein und übersichtlich. Wir gingen schlafen. Am nächsten Tag wollten wir mit den Polen, die unser Kokain uns auf den folgenden Tag. Am Tag darauf wurden wir wieder hingehalten und von nun an nahmen tägliche Telefonate mit Kolumbien, Holland und Spanien ihren Lauf. Ich hatte geglaubt, dass in drei, vier Tagen alles vorbei sein würde und nun waren wir schon über eine Woche hier und langweilten uns. Dann kam ein Anruf für Kim, der daraufhin erklärte, es gebe mit den Polen ernsthafte Schwierigkeiten und es bestehe die Möglichkeit eines Betruges. Diese Befürchtung stellte sich als berechtigt heraus. Bei Transporten dieser Größe nehmen die Kolumbianer gern Familienmitglieder der Geschäftspartner als Gäste bei sich auf. Geht was schief oder wird man betrogen, lässt man den Gast foltern und ermorden. Von dem für dieses Geschäft federführenden Polen hatte man den Bruder als Geisel verlangt und bekommen. Der Betrug bestand nun darin, dass die Familienverhältnisse nicht stimmten. Die Polen hatten den Kolumbianern einen falschen Bruder untergeschoben. Flucht Erwartungsgemäß erklärte man nun im fernen Kolumbien dem Garantie-Polen sehr genau, in welcher Situation er sich befand. Er solle das nicht persönlich nehmen, aber die Kartelle könnten einen Betrug wie diesen aus Imagegründen nicht durchgehen lassen. Sonst wäre ihr guter Ruf, den sie sich durch zahlreiche Brutalitäten erworben haben, bald dahin. Außerdem wollten sie ihr Koks zurück. Nachdem der Pole das gehört hatte, bot er an, alles, aber auch alles zu erzählen, was er über seine Leute in Danzig wusste. Aufgrund dieser recht soliden Informationen aktivierten die Kolumbianer ihre Kontakte in Russland, woraufhin eine Gruppe russischer Polizisten mit ihren Dienstwaffen nach Danzig reiste und den echten Bruder des Polen entführte. Soweit die guten Nachrichten. Das Koks war endlich übergabebereit. An schlechten Nachrichten gab es zu vermelden, dass unsere Transportlogistik den Bach runter war. Ursprünglich wollten wir die Ware in einem Rutsch über die Binnengewässer nach Hamburg bringen, aber die kolumbianisch-russische Kooperation hatte gute zwei Wochen gedauert und unser Binnenschiffer war nicht mehr in Danzig. Er war irgendwo und kam erst in zwei Monaten zurück. Den großen Alternativplan gab es nicht, höchstens, dass Tom und Petra die Ware im Ameisenverkehr über die Grenze brachten. Ihr Schmuggeltank fasste 40 Kilo, eine elende Hin- und Herfahrerei. Es gab noch mehr schlechte Nachrichten. Wir waren nicht mehr allein. Wir hatten den Erfolg der Entführungsaktion nicht in Danzig, sondern zu Hause abgewartet und als wir nach Polen zurückkehrten, folgten uns ab Hamburg ein schwarzer Beide Fahrzeuge hatten süddeutsche Kennzeichen, das heißt, sie waren nicht vom Hamburger Rauschgiftdezernat, sondern vom BKA, professionelle Observierer. Allerdings kastriert. Sie mussten an der Grenze ihre Dienstwaffen abgeben und waren in Polen ohne jegliche Befugnisse hinter uns her. Sie waren wie wir, nur Besucher in einem fremden Land. Bei Tee und Gebäck saß ich mit Tom und Petra in der Lobby unseres Danziger Hotels. Mike war vor einer halben Stunde zu den Polen gefahren. Sobald er zurückkam, konnte die Übergabe Aktion starten. Kim war in Amsterdam geblieben. Wir hatten einen Vorteil. Sie wussten nicht, dass wir sie bereits auf der Autobahn enttarnt hatten und observierten weiter unauffällig, indem sie irgendwelche Beschäftigungen mimten, wie Telefonieren, Zeitung lesen und Stellungswechsel. Manchmal verschwanden sie kurz aus dem Blickfeld, Augenblicke später tauchten sie woanders in der Lobby wieder auf. Ich sah mir dieses Schauspiel eine Weile lang mit an, um dann Tom darüber zu informieren, dass in Kürze einen Anruf an der Rezeption erhalten werde. Danach sollte er aus dem Hotel eilen, in ein Taxi springen und ein paar Runden um den Block fahren. Petra würde sich indessen um unser Gepäck kümmern, während ich die Rechnung bezahlte. Tom verstand. Von einem Hotelapparat außerhalb der Lobby rief ich wenig später an der Rezeption an und ließ Tom ans Telefon holen. Ich fragte ihn nach den Bullen und er sagte, dass ihre Aufmerksamkeit derzeit wie Fliegenscheiße an ihm klebe. Nachdem Tom aufgelegt hatte, eilte er aus Petra und ich hatten gerade das Gepäck in den Autos verstaut, als Tom und Mike fast gleichzeitig in die Lobby zurückkehrten. Tom berichtete, er habe seinem Taxifahrer einen 100-Mark-Schein versprochen, falls er es schaffe, seinen Kollegen abzuhängen. Das habe soeben geklappt. Auch Mike hatte Erfolge zu vermelden. Er habe den Polen seine Pistole vor die Nase gehalten. Das sei zwar nicht mehr nötig gewesen, aber es habe ihm Spaß gemacht. Als ich den Jeep vom Hotelparkplatz fuhr, löste sich ein polnisches Auto vom Straßenrand. Mike wies mich an, ihm zu folgen. Tom und Petra hängten sich hinter uns. So fuhren wir etwa 15 Minuten irgendwo in Danzig herum, bis das polnische Fahrzeug direkt neben einem Wagen hielt, der am Straßenrand parkte. Man winkte Tom und Mike auf die Polen zugingen, die ihrerseits ausgestiegen waren. Die Polen öffneten ihren Kofferraum und trugen zusammen mit Mike und Tom mehrere Säcke zu dem Schmuggel Mercedes, um sie in dessen Kofferraum zu werfen. Ein Sack schien nicht mehr reinzugehen. Mike brachte ihn mit in den Jeep. Keine Zeit für Fragen, sagte er, fahr los. Nach zehn Minuten hatten wir den Stadtrand von Danzig erreicht und reiten uns auf der Landstraße nach Deutschland in den endlosen Bandwurm von Kraftfahrzeugen ein. Erstes Durchatmen, wir hatten das Koks und wir hatten die Bullen abgehängt, aber wir waren noch nicht über die Grenze und wollten es auch nicht. Wir blieben in Polen, fuhren nach Stettin und nahmen das beste Hotel am Platz. Das Kokain parkten wir in der bewachten Garage. Mittlerweile wird die Polizei festgestellt haben, dass wir nicht mehr in Danzig sind, sagte ich. An ihrer Stelle würde ich jetzt meine Kollegen an der deutschen Grenze anrufen und sie auf die Fahrzeuge der potenziellen Drogenschmuggler aufmerksam machen. Ihr werdet deshalb nicht mal ein halbes Gramm mit über die Grenze nehmen. Nicht heute, nicht morgen, auch nicht übermorgen. Also ohne Koks zurück nach Haus und die Ware hier irgendwo bunkern. Wenn etwas Gras über die Sache gewachsen ist, kommt man wieder. Im Irgendwo steckte nun das teuflische Detail. Wo bunkern? Wir kannten Stettin nicht. Wir hatten keine Wohnung angemietet. Wem konnten wir vertrauen? So sehen die Momente aus, in denen man zu altmodischen Lösungsmodellen greift. Ich schlug vor, dass Tom und Mike in Stettin bleiben und das Kokain in den nächsten Tagen in der Umgebung vergraben sollten. Den Schmuggel Mercedes ließen sie so lange offen in der Stadt stehen, bis er bei der polnischen Polizei als gestohlen gemeldet werden konnte. Ihr fliegt über Warschau nach Haus. Ich dagegen fahre jetzt zurück. Ich nehme Petra mit. Bis wir uns alle wiedersehen, besteht striktes Telefonverbot zwischen dem Hotel und unseren Hausanschlüssen. Auf keinen Fall darf Tom bei Petra anrufen. Gegen zwei Uhr nachts erreichten Petra und ich Hamburg. Während der Fahrt hatte ich sie noch mal beschworen, dass auch sie auf keinen Fall bei Tom anrufen dürfe. Wir konnten davon ausgehen, dass ihr Telefon abgehört wurde. Um trotzdem Informationen auszutauschen, verabredeten wir ein Treffen im Panorama-Restaurant des Hamburger Flughafens. Petra sollte auf mich warten. Kam ich nicht, konnte sie davon ausgehen, dass wir beschattet wurden. Dann würde ich einen anderen Weg finden, um sie auf dem Laufenden zu halten. Petra machte den Eindruck, als habe sie alles verstanden. Ich setzte sie an ihrer Wohnung ab und fuhr zu meinem Schwager. Ich wollte den Jeep wieder gegen meinen SL tauschen. Wir tranken ein Bier und Jens erzählte mir, dass er am Wochenende an die Ostsee fahren würde. Er hatte inzwischen auch einen Wohnwagen auf dem Campingplatz von Monikas Familie und wollte für sein Vorzelt als stabilen Untergrund Gehwegplatten legen. Zwei Tage gammelte ich nun bei Niki rum um den Stress los zu werden. Beinahe stündlich schwor ich nie mehr über Polen Koks zu transportieren. Ich hatte 1,6 Millionen investiert um 15 Millionen zu verdienen aber bisher hatte ich nur Ärger gesehen schlechtes Essen und deprimierende Hotels. Da lobt sich der Dealer die Karibik die Sonne das Meer die Vitamine. Ich fühlte wie sich zwischen schob als wäre Curaçao für immer Vergangenheit. Offiziell gab es keinen Grund dafür. Wenn alle das taten was ich gesagt hatte und den Rest unterließen konnte nichts passieren. Ich stoppte sämtliche Geschäfte. Die Firma ging komplett in den Osterurlaub. Der Versuch Petra zu treffen verlief negativ. Beide Scanners sendeten auf Hochtouren als ich zwei Tage später zu unserer Verabredung fuhr. Obwohl nicht direkt über mich gesprochen wurde, hatte ich den Eindruck, dass der rege Funkkontakt mir galt. Als ich auf die Flughafenstraße einbog, erhielt ich Gewissheit. Erst in der Einflugschneise, hörte ich. Gleich müsste er bei euch landen. Die Antwort ließ nicht lang auf sich warten. Gelandet, wir fertigen ihn ab. Ich suchte mir einen Parkplatz, nahm den mobilen Scanner aus der Halterung und steckte mir den winzigen Hörer ins rechte Ohr. Nachdem ich den Flughafen betreten hatte, wurde der Funkverkehr der Polizei wieder aktiv und ich hörte, dass auch Petra beschattet wurde. Ich ging deshalb nicht zum Restaurant, sondern zur Lufthansa, um mir die Daten für einen Flug nach Zürich geben zu lassen. Während mir die Auskünfte erteilt wurden, stellten sich zwei Reisende Später rief ich aus einem Restaurant Petras Nachbarin an, die ich bat, sie ans Telefon zu holen. Ich erklärte ihr, was am Flughafen gelaufen war, und weil es nun sicher sei, dass wir alle beschattet wurden, machte ich ihr noch mal eindringlich klar, dass sie nicht in Stettin anrufen dürfe. Sie solle einfach nur warten. Tom und Mike wären in einer Woche wieder da. Als das erledigt war, rief ich Kim in Amsterdam an, um ihn über den aktuellen Stand der Dinge zu informieren. Er maulte etwas, weil es nicht sofort einen Transport geben würde. Er musste dringend den Amsterdam liefern. Dann der wichtigste Anruf. Ich versuchte, Tom und Mike in Stettin zu erreichen. Ich wollte wissen, ob das Kokain inzwischen vergraben war. Es klingelte lange, Parke noch in der Hotelgarage. Es bräuchte noch ein paar Tage, um die Sache zum Abschluss zu bringen. Außerdem benötigten sie dringend 15.000 Mark. Ich schickte das Geld mit einem befreundeten Taxifahrer nach Stettin, der für diese Tour 1500 Mark bekam. Ich war beunruhigt, mehr noch, ich spürte die Gefahr wie schlechten Atem auf meiner Haut. Der mich betreffende Funkverkehr nahm in den folgenden Tagen ständig zu und ich wurde rund um die Uhr observiert. Ostern stand ins Haus, bemalte Eier wurden gegessen und am Dienstag danach konnte ich schon beim Frühstück eine gewisse Hysterie auf allen Funkkanälen feststellen. So beginnt kein guter Tag. Gegen 9 Uhr stieg ich in den SL und schaltete zusätzlich zum Scanner noch den Catcher für die CNET-Telefone ein. Bald wurde klar, dass heute etwas Ungewöhnliches laufen würde, denn sie gaben einen Code für den Zugriff durch. Ich tankte den Wagen auf und fuhr kreuz und quer durch die Stadt. So hatte ich die besten Chancen für eine Flucht, wenn sie nötig werden sollte. Gegen 11 Uhr kam über Funk die Aufforderung an alle, sich auf sicher beim Turm zu melden, also per Telefon bei der Einsatzleitung. Ich bekam mit, dass heute auch MEK-Leute beteiligt waren und erweiterte die Programmierung des Scanners, um auch sie zu empfangen. Auf den Frequenzen des mobilen Einsatzkommandos hörte ich nun, dass die Polizei etwas aus Polen erwarte. Mir ging der Arsch auf Grundeis. Ich stellte den SL per Knopfdruck auf sportliche Fahrweise um, das Fahrgestell ging runter und das computergesteuerte Beschleunigungs- und Bremssystem wurde aktiviert. Als der Befehl für den Zugriff durchgegeben wurde, befand ich mich auf einer Straße in Hamburg-Barmbäck. Reine Wohngegend, verkehrsberuhigte Lage, mit Tempo 30 und künstlichen Bodenwellen. Alles klar, hörte ich im Scanner. Wir sind direkt hinter ZP1 und wir haben den B dabei. Kleines Bullenlexikon. ZP1 heißt Zielperson 1 und B heißt Ich trat das Gaspedal voll durch. Der SL beschleunigte rasant von 30 auf 200 Kilometer in der Stunde. Das Fahrwerk schluckte die Bodenwellen wie Zuckerwatte. Der zieht uns weg, hörte ich über Funk den Fahrer des BMW rufen. Kann ich jemand oben zumachen? Die Antwort kam sofort. Ja, wir kommen von rechts, gleich ist zu. Ich raste durch eine Straße, die keine Querstraßen hatte und an deren geradeaus ging es in einen Vorgarten und in ein Haus. Die Polizisten, die oben zumachen wollten, jagten von rechts heran. Also konzentrierte ich mich darauf, noch vor ihnen links abzubiegen. Ich zählte ab, wann ich die Vollbremsung machen musste, um die Kurve zu schaffen. Ich begann bei sieben und bei null trat ich auf die Bremse. Trotzdem näherte sich der Vorgarten zu schnell. Im Rückspiegel nahm ich wahr, dass hinter mir Dinge durch die Luft flogen. Der BMW war in parkende Autos geknallt. Die Kurve kam. Der SL schaffte sie soeben. Beim Einbiegen lag er dem von rechts kommenden Polizeiwagen nur um eine Nasenlänge voraus. Scheiße, er ist durch! Wer kann übernehmen? Wir! Ein Opel Omega raste auf mich zu. Wir machen das Loch zu! Das Loch zwischen mir und dem Opel rechts abging. Für mich in 500 Meter Distanz, für den Opel waren es weniger. Ich stand auf dem Gaspedal und redete mit meinem Auto. Baby, was hast du drauf? Komm, schneller, schneller, wir schaffen das. Wir werden die Bettnässe verarschen. Es war eine eigenartige Situation, als beide Fahrzeuge so aufeinander zurasten. Obwohl sich alles in wenigen Sekunden abspielte, sah ich einen Film in Zeitlupe. Polizisten in dem Omega noch nicht sehen. Aber ich glaubte, sie zu sehen. Und meine Gedanken kreisen darum, was geschehen würde, wenn auch sie weiter so beschleunigten. Wir würden mit einem Affentempo frontal aufeinander prallen. Mein SL war sehr stabil, hatte Airbags und wog gut 2,2 Tonnen. Er war bestimmt eine halbe Tonne schwerer als Es war eigentlich noch immer unmöglich, aber ich glaubte jetzt, jede Regung in ihren Gesichtern deutlich zu sehen. Ich konnte ihre Panik erkennen, was mich ruhiger werden ließ. Ich hatte mich damit abgefunden. Entweder schaffe ich es vor ihnen rechts abzubiegen oder wir ballern zusammen. Victoria o Muerte, Sieg oder Tod. Der Omega legte eine Vollbremsung hin und ich erreichte die Querstraße vor ihnen. Ich jagte durch die Kurve und gab sofort wieder Gas. Links und rechts flogen Straßen vorbei. Jaguar hatte freie Fahrt. Amigos Aus einer abgelegenen Telefonzelle rief ich zuerst den Polen an. Mir wurde gesagt, meine Freunde seien abgereist. Ebenfalls negativ verlief mein Versuch, in Hamburg Tom und Petra zu erreichen. Niemand ging ans Telefon. Dasselbe mit Kim in Amsterdam und mit Monika. Es schien, sie hatten überall gleichzeitig zugeschlagen. Ich stand in der Zelle und versuchte das Adrenalin runterzukriegen. Cool bleiben, Blackie. Gott ist mit den Coolen. Ein alter Freund, der völlig solide war, fiel mir ein. Ich musste lange überlegen, wann ich ihn das letzte Mal gesehen hatte. Dann wählte ich seine Nummer und endlich war mal einer da. Wenig später übergabe mir seine Wohnungsschlüssel und fuhr zu einer Freundin. Seinen VW Polo überließ er mir ebenfalls. Der SL wurde in der Garage weggeparkt. Nun war ich in Sicherheit und konnte mit den Recherchen beginnen. Obwohl das sehr gefährlich war, traf ich mich mit allen Bekannten, die in diese Verhandlung verwickelt sein konnten. Es war klar, dass ich mich nun nur noch verkleidet in Hamburg bewegen Kassengestell an, so wie eine Schiebermütze und eine Jacke von C&A. Sobald ich das überstreifte, war ich Onkel Dieter aus dem Hafen. So konnte ich in Erfahrung bringen, dass tatsächlich alle Mittäter verhaftet waren, inklusive meiner Ehefrau. Außerdem hatte die Polizei sämtliche liegenden Gelder und mein Schließfach bei der Bank beschlagnahmt. Onkel Dieter hatte nun viel zu tun. Ich musste in Hamburg die kleckerweise eintrafen. Ich musste einen falschen Pass beantragen. Ich musste Kim erreichen. Am vierten Tag meiner Flucht ging er endlich ans Telefon. Er sagte, er habe dieselben Probleme wie ich und schlug vorläufigen Kontaktabbruch vor. Vertrauen beweist sich, wenn man es braucht. Ich rief in Curaçao einen meiner Lieferanten an und bat ihn, mir ein paar Kilo auf Kommission zu schicken. No Problem, sagte er. Ich schicke dir ein paar Kilos. Bezahl sie, wenn du auf Curaçao bist. Ein paar Tage später rief der Kurier bei mir an. Es handelte sich um drei Kilo allerreinstes Kokain und ich hatte sie noch am selben Tag an einen Freund verkauft, der 100.000 Mark anzahlte und sich für die restlichen 50.000 einen Monat als Zahlungsziel erbart. Nachdem er gegangen war, setzte ich mich gut gelaunt an den Tisch und breitete alles, was ich an Geld hatte, darauf aus, denn die angemahnten Gelder waren mittlerweile auch eingegangen. Insgesamt machte das 250.000 Mark und 30.000 Dollar. Auch mein neuer Pass lag auf dem Tisch. Ein Pass so gut wie echt. Das so gut wie ist eigentlich überflüssig. Der Pass war echt und trotzdem falsch. Um dieses Paradox zu verstehen, muss man sich den glücklichsten Augenblick der deutschen Geschichte ins Gedächtnis rufen. Direkt nach der Wende hatte ich mir Gedanken über den Nachlass der Stasi gemacht. Die Staatssicherheit der DDR hatte jahrzehntelang falsche Identitäten für ihre Agenten aufgebaut. Das hieß falsche Pässe. Gab's die noch? Und wo? Also fuhr ich damals in den Osten und fragte mich zu einem Ex-Stasi-Offizier durch. Es war so, wie ich vermutet hatte. Er hatte tatsächlich noch einen Stapel echter DDR-Pässe von Personen, die nicht existierten und nie existiert hatten. Flankiert wurde jeder Pass von Führerscheinen, Anmeldebestätigungen, Einschulungen und Geburtsurkunden. Jede dieser von der Stasi frei erfundenen Identitäten konnte bis zur Entbindungsklinik zurückverfolgt und nachgewiesen werden. Ihre Namen waren überall amtlich notiert. Ich kaufte zehn dieser DDR-Pässe für insgesamt 10.000 Mark. Neun gab ich weiter. Leider. Mit dem Pass, den ich für mich behielt, ging ich in Hamburg zum Einwohnermeldeamt und tauschte ihn gegen einen Pass der Bundesrepublik ein, wie es alle Ossis nach der Wende taten. Der falsche Pass war seit Jahren in einem Bunker in Holland deponiert. Für alle Fälle. Jetzt war der Fall eingetreten. Ein Freund hatte mir den Pass nach Hamburg gebracht. Und um die Reiseunterlagen zu kompletieren, kaufte ich mir nun ein Business Class Ticket der KLM für den Flug Amsterdam Curaçao. Rückflug offen. Als nächstes machte ich einen großen Fehler. Obwohl die Maschine erst am Nachmittag von Schiphol abhob, war ich bereits am Morgen des Abflugtages in Amsterdam. Denn bevor ich endgültig die Fliege machte, wollte ich unbedingt noch Kim sehen. Ich hatte noch immer keine Informationen darüber, was in Polen geschehen war, und ich wusste auch nicht, was unsere kolumbianischen Partner darüber dachten. Ich wählte im Viertelstundentakt Kims Nummer. Erst gegen zehn nahm 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 ab. Kim begrüßte mich wie immer mit Hallo mein Freund. Aber als ich ihm sagte, dass ich in der Stadt sei und ihn sehen wolle, hörte er sich gleich etwas weniger glücklich an. Es sei noch immer gefährlich, sagte Kim, aber ich bestand darauf und wir machten als Treffpunkt das chinesische Restaurant aus, in dem wir uns so oft getroffen hatten. In glücklichen Tagen. Der finanzielle Verlust der Polenpleite schmerzte mich nicht so sehr, denn als Geschäftsmann sah ich von Haus aus in Gewinnen und Verlusten dasselbe, was ich in Sonne und Regen sah. So was wechselt ab, das ist normal. Schlimmer war der Verlust der Legalität. Ich will nicht sagen, dass ich zwischen den Welten und das begann zu nerven. Ich war eine halbe Stunde vor unserem Termin beim Chinesen und wählte einen Ecktisch, von dem ich das ganze Restaurant einsehen, selber aber unauffällig bleiben konnte. Folgendes geschah. Kim kam nicht. Dafür setzte sich eine Gruppe von Männern an den Nebentisch, die sich auf Englisch unterhielten. Amerikanisches Englisch sowie Englisch mit deutschem und holländischem Akzent. Ich beobachtete diesen Tisch eine Zeit lang so diskret, wie es ging. Dann war ich sicher, es waren Polizisten. Die Karibik war so nah gewesen. Heute Morgen. Jetzt war es Mittag und sie war wieder ganz weit weg. Ich bestellte einen Schnaps, kippte ihn weg und nahm mein Telefon zur Hand. Ich wählte eine Nonsens-Nummer und tat, als ob ich mit einer Frau telefoniere. In einer Lautstärke, die ein Ferngespräch leider immer noch verlangt. Ja, ich bin's, Schatz. Ich denke, das bringt hier nichts mehr. Schätze, ich werde noch vor heute Abend zurück in Hamburg sein. Ja, zieh ruhig die geilen Strapse schon mal an, aber ich muss vorher noch zum Bunker. Ja, hier in Amsterdam. Ja, 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 werde vorsichtig sein. Ja, wenn das gefunden wird, haben wir aber ein Problem. Bunker heißt Drogendepot und ich setzte darauf, dass die Gäste am Nebentisch nicht zugreifen würden, solange sie noch die Chance hatten, eine große Menge Drogen zu finden. Während ich zahlte, konnte ich beobachten, dass sich draußen vor der Tür mehrere Männer postierten. Ich verließ das Restaurant und ging zügig rechts an der Gracht entlang, blieb aber schon nach zehn Metern stehen, um in den Stadtplan zu sehen und in anderer Richtung weiter zu gehen. Meine Beschatter kamen mir nun entgegen. Diesen abrupten Richtungswechsel vollzog ich in den nächsten zehn Minuten noch einige Male. Das Ergebnis war, dass ich sämtliche Observierer durcheinander würfelte und sie es schwer hatten, sich neu zu formieren. Abhängen konnte ich sie trotzdem nicht. Ich hatte etwa einen Kilometer so zurückgelegt, als ich plötzlich eine U-Bahn-Station entdeckte, die sich in einem Einkaufszentrum befand. Das überraschte mich. Ich war so oft in Amsterdam gewesen und nie war mir aufgefallen, dass es hier so etwas gab. Bisher hatte ich Amsterdam für eine der ganz wenigen U-Bahn-losen Metropolen der Welt gehalten. Ich lief die Treppen hinunter, ich hatte Glück, eine Bahn wartete und kaum war ich eingestiegen, ertönte das Signal zur Abfahrt. Die Türen schlossen sich und der Zug rollte an. Ich sah, wie meine Verfolger die Treppe herunter hechteten und ihr Bestes gaben, aber es reichte nicht. Sie verhungerten vor der Tür, hinter der ich stand und vergeblich versuchte, meinem Drang zu widerstehen. Ich musste einfach winken. An der nächsten Station stieg ich aus und nahm ein Taxi zum Flughafen. Das fühlte sich schon besser an, aber noch immer war ich nicht außer Gefahr. Erst als ich die Passkontrolle in Schiphol passiert hatte und in der internationalen Wandelhalle ein Bier zu mir nahm, kühlte ich wieder ab. Jetzt konnte ich davon ausgehen, dass ich es geschafft hatte. Die Bullen waren abgehängt, der falsche Pass hatte sich bewährt. Zehn Stunden später bewährte er sich zum zweiten Mal, denn die Hand eines schwarzen Zollbeamten blätterte darin. Als er meinen neuen Namen las, breitete sich ein Schmunzeln über sein Gesicht. Das wird teuer, sagte Amigo zwei. Hol mich nach Dienstschluss vom Flughafen ab. Heute Abend bin ich im Campo dein Ehrengast. Lifestyle Bogota Das BKA suchte mich, Interpol suchte mich, die US-Drogenverhandlung suchte mich und die Holländer, die für Curaçao zuständig waren, suchten mich. Aber es gab auch andere Leute, die Probleme hatten. Sebastiano, um ein Beispiel zu nennen, war Geschichtsprofessor an der Universität von Bogota, aber verdiente so viel wie in Deutschland die Putzfrauen. Ein 32-Jähriger, gut aussehender Latino aus einer der besten Familien Kolumbiens mag nicht gerne wie eine Putzfrau durch die Gegend ziehen. Also nutzt er seine Verwandtschaft mit hohen Militärs, um durch Drogen etwas Geld nebenher zu verdienen. Mit seinen Kontakten, seiner Intelligenz und seinen Manieren hätte er es in diesem Geschäft zu was Großem bringen können, aber dafür fehlten Sebastiano der Ehrgeiz, die Geldgier und die Abenteuerlust. Sebastiano wollte nur gut leben. Wir wurden auf Curaçao miteinander bekannt gemacht und es war Freundschaft auf den ersten Blick. Nachdem wir mit seinen Kontakten und meinem Geld auf der Insel das erste gemeinsame Geschäft erfolgreich getätigt hatten, machten wir gleich das zweite hinterher und da erschien es nur logisch, dass wir auch in Kolumbien als Team auftreten wollten. Meine Sorgen, ob es bei der Einreise Schwierigkeiten geben würde, zerstreute Sebastiano mit ein paar Telefonaten. Wir trafen am 10. August 1993 in Bogota ein. Sebastiano hatte eine Drei-Zimmer-Wohnung im Norden der Stadt, in der ich mir ein Zimmer aussuchen konnte. Es war nicht luxuriös, aber sicher, und das schien hier das Wichtigste zu sein. Zu meinem Erschrecken musste ich feststellen, dass Wohnen in Kolumbien etwas anderes war, als die Kolumbien-Kurzurlaube, die ich bisher gemacht hatte. Bogota unterschied sich so extrem von Hamburg, dass alles, was ich in meinem Leben gelernt hatte, plötzlich nicht mehr galt. Eine Stadt der Anarchie. Alle waren bestechlich. Und wenn man eine falsche Straße betrat, wurde man mit Sicherheit ausgeraubt, wenn nicht gar umgebracht. Die Polizei arbeitete mit den Straßenräubern zusammen. Nach Dienstschluss holten sich die Beamten ihren Anteil von der Beute bei den Banditen ab. Mehrere kleine Banden vereinigten sich zu einer, die den ganzen Bezirk kontrollierte. Und die war wiederum einem der größeren Kokain-Clubs zu diensten. Ein Menschenleben war hier einfach nichts wert. Früher, so sagte man mir, gab es in Bogota im Schnitt so 60 bis 80 Morde pro Tag. Die schlimmen Zeiten seien vorbei, es sei ruhiger geworden. Heute würden nur noch zwischen 20 und 40 Menschen pro Tag umgebracht. Es gab eine Zeitung, so groß wie die Bild, in der wurden ausschliesslich Fotos der gewaltsam ums Leben gekommenen Mitbürger gedruckt. Sie hieß El Asesinado, der Ermordete. Nur Geld und Beziehungen boten eine gewisse Sicherheit. Aber auch die war trügerisch, weil in Kolumbien die Handgranaten Beine haben und die Tretminen aus Fleisch und Blut sind. Eine scharfe Waffe ist in Bogota so normal, wie in Hamburg ein Regenschirm. Sebastiano besorgte mir deshalb über seinen Verwandten nicht nur einen kolumbianischen Personalausweis und Führerschein, sondern auch ein Papier, das mich zum Tragen einer Maschinenpistole berechtigte. So ein Ding war mir aber zu gewaltig, das stört und klemmt überall. Ich legte mir stattdessen eine 45er Automatik zu. Sie steckte offen in einem Holster, das ich quer vor dem Bauch trug. Ich musste nur die Jacke etwas zur Seite schieben, um die Waffe sichtbar werden zu lassen. Bei einem Haushalt, der von zwei Männern geschmissen wird, kann man sich denken, dass wir häufig auswärts essen gingen. Und weil wir seit unserer Ankunft in Bogota geschäftlich noch nicht wieder aktiv geworden waren, wollten wir ein bisschen sparen und gingen in die Cocoricos, die Brathähnchen Restaurants der kolumbianischen Mittelklasse. Freilaufend aufgewachsene Hähnchen über offenem Holzkohlenfeuer. Boio Asado, heißt das Gericht. Und obwohl es so einfach und preiswert ist, schmeckte es mir wie eine Delikatesse. Hier wartete eine neue Erfahrung auf mich. Um die Cocoricos herum lauerten ständig abgerissene Gestalten, die versuchten, Teller mit Resten zu ergattern, um dann noch mal die Knochen abzunagen. Das tat mir in der Seele weh. Gegen den Protest von Sebastiano verschenkte ich oft ein paar Portionen an diese Leute. Mach das nicht, Blackie. Du hilfst ihnen nicht damit. Kennst du nicht die Geschichte von dem Fischer, der einen Hungrigen trifft? Er hatte viele Fische bei sich. Er hätte dem Hungrigen einen schenken können, aber er tat es nicht. Er hat ihm stattdessen das Fischen beigebracht. Verstehst du, was ich damit sagen will, Blackie? Natürlich verstehe ich das, antwortete ich. Aber soll ich hier eine Schule fürs Koksgeschäft aufmachen? Am meisten aber bewegten mich die Straßenkinder, die im Alter von vier bis sechzehn Jahren wie Wolfsrudel auf der Straße lebten und auf den Verkehrsinseln schliefen. Immer wenn ich zum Telefonieren in eines der nahen Telefonämter ging, kam ich an einer dieser Gruppen vorbei und ich hatte mir angewöhnt, ihnen jedes Mal eine große Tüte mit Lebensmitteln mitzubringen und etwas Bargeld. Manchmal nahm ich sie auch in ein Kokoriko mit und gab eine runde Brathähnchen aus. Die Telefonate, die ich mit Deutschland führte, brachten endlich Neuigkeiten. Mein Freund, der Redakteur, erzählte mir, dass die Hamburger Morgenpost mit einem Bericht über mich auf der Titelseite erschienen sei. Überschrift, Hamburgs größter Dealer, er handelte mit einer Tonne Kokain. Die Geschichte habe die Hälfte der Titelseite eingenommen und dasselbe sei an den fünf darauf folgenden Tagen geschehen. Immer Titelgeschichte plus eine Doppelseite im Innenteil. Wenige Tage später hatte ich alle Ausgaben der Morgenpost in Bogota und endlich wurden die Dinge übersichtlich. Jetzt wurde klar, was in den Tagen vor Ostern geschehen war und dazu geführt hatte, dass zur Jagd nach mir geblasen werden konnte. Petra hatte natürlich Tom in Stettin angerufen, denn er hatte Geburtstag und sie wollte ihm gratulieren. Wahrscheinlich, weil sie besoffen war, hatte sie das nicht von einer Telefonzelle, sondern von zu Hause ausgetan. So kam die Polizei an die Adresse des Hotels in Polen. Und Tom und Mike hatten natürlich das Kokain noch nicht vergraben. Um den Ganzen die Krone aufzusetzen, ist Petra dann zur Geburtstagsfeier nach Stettin gefahren, was natürlich nur ein Vorwand für sie war. Sie vermutete zu Recht, dass Tom in ihrer Abwesenheit die polnischen Puppen tanzen ließ und das wollte sie unterbinden. Bis Ostern konnte die deutsche Polizei trotz aller Informationen nichts unternehmen, weil Polen ein katholisches Land ist und alle Behörden geschlossen hatten, bei denen sie Amtshilfe hätten beantragen können. Die bekamen sie erst am Dienstag nach Ostern. Sie fanden das Kokain, verhafteten die drei und Tom hat gesungen. Ich musste mich also auf eine längere Flucht einstellen, wenn nicht auf eine Ewigkeit, denn was da in Deutschland auf mich wartete, waren so zwölf bis fünfzehn Jahre Freiheitsentzug. Und ich musste mich dringend mit Alberto aussprechen, dem Boss der Kolumbianer, die an dem Polengeschäft beteiligt waren. Die Telefonnummer, die er mir mal gegeben hatte, funktionierte nicht mehr, aber Sebastiano kannte seine Familie. Ich traf mich mit Alberto in einem Club. Bei meinem Rechenschaftsbericht saß ich mit Alberto ganz allein an einem Tisch. Nicht mal die Bodyguards durften in Hörweite bleiben. Es wurde ein Gespräch zwischen Erwachsenen. Ich erzählte ihm, wie aus meiner Sicht die Dinge gelaufen waren. Nachdem ich geendet hatte, fragte er noch nach einigen Details, dann waren wir in Frieden miteinander. Ich hatte große Probleme in Deutschland, aber keine Feinde in Kolumbien. Das war viel wert. Das war fast besser als umgekehrt. Jetzt konnte ich mich ans Geldverdienen machen. Sebastiano meinte, wir sollten uns erstmal an ein paar Jamaika-Transporten beteiligen. Die würden zwar längst nicht so viel Profit einspielen wie die Lieferungen nach Europa, aber ab Mengen um 200 Kilo machte man dabei immer noch so um die 200.000 Dollar pro Geschäft, und das müsse reichen, um zu überleben. Sebastianos Einstellung steckte mich langsam an. Immer öfter stellte ich mir komische Fragen. Brauchst du eigentlich die Mörderknete? Nee. Was du brauchst, ist ein vernünftiges Penthouse, ein Auto, ein paar Bodyguards und Geld für die Hühner. Die gute Laune kommt dann von allein. Nachdem die Fluchtkasse wieder aufgefüllt war, zogen wir ins Diplomatenviertel um. Wir mieteten im 14. Stock eines Hochhauses, das weit über dem Zentrum der Stadt, am Kamm eines Berges lag, ein Penthouse. 200 Quadratmeter, zwei Hausmädchen. Eine schwarz, eine weiß. Die Schwarze hieß Anna und hatte einen atemberaubenden Körper. Sie bewohnte im Penthouse ein eigenes Zimmer und erhielt von mir als erstes einen Schnellkurs in deutscher Küche. Kohlrouladen und solche Sachen. Auch Sebastiano gewöhnte sich schnell daran. Wir aßen deutsch und liebten kolumbianisch. Eine wunderbare Kombination. Was den zweiten Punkt betrifft, hatte ich es bald zu einer gewissen Popularität gebracht, die allerdings auf einem Unfall beruhte, auf einem Missverständnis. Ich hätte ein Mädchen aus Kartanjena ohnmächtig gefickt, besagte das Gerücht. Die Wahrheit ist, dass sie beim Ficken von selber ohnmächtig geworden war. Kartanjena ist eine wunderschöne Kolonialstadt an der Karibiküste und Bogotá liegt 2500 Meter über dem Meeresspiegel. Das Penthouse setzte da noch mal 300 Meter drauf. Das Mädel hat die dünne Luft nicht vertragen. Trotzdem schoben sich, als ich sie später einmal in Kartanjena besuchte, alle ihre Freundinnen neugierig an mich. Technico Alemann nannten sie meinen Stil. Auch unsere Bodyguards verschlangen das deutsche Essen und ließen sich von dem Hausmädchen die Rezepte für ihre Frauen geben. Ich konnte sie gut verstehen, denn ich wusste, was sie zu Hause kriegten. Frijoles, Iaroth, Bohnen und Reis. Wir hatten drei Bodyguards. Sie bekamen pro Mann und Monat 2000 US-Dollar. Ein Schreifenpolizist verdient in derselben Zeit 250 Dollar. Ihre Bewaffnung war solide. Jeder trug einen 38er Trommel Revolver mit extrem kurzem Lauf im Schulterhalfter plus eine Mini-Uzi- Maschinenpistole an der rechten Körperseite. Die Magazine mit je 48 Kugeln steckten in Schläuchen, die in die Hosenbeine eingearbeitet waren. Wir brauchen die Bodyguards nicht nur für unsere Sicherheit, pflegte Sebastiano zu sagen, sondern auch für unser Ansehen in den Diskotheken und Bordellen der Stadt. Wenn wir ausgingen, nahmen unsere Männer oft Kollegen mit, die den Job für ein paar Drinks am Abend machten. Showtime Bogota. Der Einmarsch von sechs Bodyguards blieb nie unbeobachtet und wurde immer diskret ignoriert. Er gehört in dieser Stadt zur Gastronomie. Ebenso die Nummer, die sie abzogen, wenn ich mal auf die Toilette musste. Da kamen zwei von ihnen mit. Einer, um vor mir reinzugehen und alle rauszuwerfen und einer, um keinen reinzulassen, wenn ich drin war. Natürlich war es mir peinlich, wenn ich beim Verlassen der Toilette eine Schlange von Gästen vor der Tür warten sah. Aber sie schienen es zu akzeptieren und ich war nicht nach Kolumbien gekommen, um Land und Leute zu verändern. Ich passte mich den Sitten an und lebte normal. Ich hatte mittlerweile eine ständige Begleiterin, die im Lido arbeitete, dem besten Bordell Bogotas. Ich musste nicht mehr zahlen. Mit mir war sie privat. Sie hieß Bianca, war zwanzig und hatte ein sehr schönes Gesicht. Ihre Formen waren dagegen ein wenig zu voluminös und ihre Oberweite war geradezu erdrückend. Sie war nicht unbedingt mein Typ, aber aus Bequemlichkeit und weil sie so gut im Bett war, suchte ich gar nicht mehr nach was anderem. Bis zu diesem Abend, als Bianca ihre Freundin ins Penthouse mitbrachte. Die Freundin vom Land, die in Bogota Mathematik studierte und den Bus in ihr Dorf verpasst hatte. Die musste irgendwo übernachten. Ich saß auf dem Sofa und hatte die Füße auf dem Tisch, als die Mädchen kamen. Bianca schwang sich neben mich, ihre Freundin nahm auf dem Teppich Platz. Soll war ein schönes Mädchen von 22 Jahren, mit hüftlangen, schwarzen Haaren und einer Figur, die ab 40 problematisch werden kann. Bis dato aber war sie perfekt. Aber ich reflektierte nicht nur auf ihr Äußeres. Da war etwas in ihren Augen, das mich vom ersten Moment an neugierig machte. Ich wusste nicht, was es war, aber ich sah immer wieder hin. Noch am nächsten Morgen trennte ich mich von Bianca und steckte Soll meine Telefonnummer zu. Ein paar Stunden später rief sie mich aus der Uni an. Gegen den Rat von Sebastiano, der glaubte, dass ich einer kolumbianischen Frau nicht gewachsen sei, wurden Soll und ich ein Paar. Sie zog ins Penthouse ein. Was Sebastiano meinte, in Kolumbiens Macho-Gesellschaft geben die Männer nur nach außen den Ton an. Sobald man in die Familien sieht, ändert sich das. Da haben starke Frauen das Sagen und sie kontrollieren ihre Männer bis in die Geschäfte hinein. Wenn die Frau eines Koks-Paten dich nicht leiden kann, wird es keine Geschäfte mit ihm geben, egal wie gut deine Konditionen sind. Es war eine völlig andere Kultur. Ich begann zu lernen und zu begreifen und je mehr ich begriff, desto weniger wehrte ich mich gegen die Kultur. Im Gegenteil. Ich sog sie in mich auf. Ich fing an, kolumbianisch zu denken. Liebst du mich nicht mehr? fragte Soll einmal. Natürlich liebe ich dich, antwortete ich. Warum zeigst du es mir dann nicht? Ich nahm sie in den Arm, aber Soll lachte und meinte, man müsse einer Kolumbianerin auf den Arsch klatschen und dazu Mamacita sagen. Das sei ein Strauß von Komplimenten in einem Wort. Sie würde darauf dasselbe tun und Papacita sagen. Wie man unschwer feststellen kann, ging es auf diese Weise auch mit meinem Spanisch voran. So zogen die Tage ins Land und abends gingen wir tanzen. Oft nahm Soll ihre beste Freundin mit. Auch sie studierte an der Universität von Bogotá. Auch sie war ein Beispiel für das Selbstbewusstsein der kolumbianischen Frau. Sie hatte mit 18 ein Kind bekommen, aber heiratete trotz des Drucks ihrer Familie den Vater des Kindes nicht, weil er gegen ihr Studium war und sie an den Haushalt binden wollte. Sie zog von zu Haus aus, schrieb sich an der Universität von Bogotá ein und finanzierte ihr Studium sowie ihren Lebensunterhalt durch Teilzeit- Prostitution im Lido. Sie war es, die mich darauf aufmerksam machte, dass Beamte des BKA mich beschatteten. Recht schnell wurde mir klar, dass die Mädchen in dieser Gruppe keine Prostituierten waren, sondern Ehefrauen. Das war gut zu wissen, denn wenn man zu einer Familienfeier eingeladen wird, dann wird man von ihnen auch akzeptiert. Ich bat Solls Freundin, hier auf keinen Fall zu erzählen, wie sie ihr Studium verdient. Die Leute waren katholisch und ich wollte niemanden beleidigen. Eines Abends trafen wir in einer Diskothek zufällig einen alten Freund von Sebastiano, der es an der Karibiküste zu etwas gebracht hatte. Er war einer der ganz Großen unseres Geschäftes geworden und feierte mit seinen Leuten an zwei Tischen. Eine Unmenge Bodyguards schirmte die Gruppe strategisch ab. Wir wurden eingeladen, uns zu ihnen zu setzen. Die Frauen verstanden sich riesig. Die Männer redeten über Politik, Frauen, Deutschland und Geschäfte. In dieser ausgelassenen Stimmung platzte einer meiner Bodyguards, der zu mir an den Tisch trat und in mein Ohr flüsterte, dass einige Tische neben uns zwei Deutsche in Begleitung von zwei kolumbianischen Polizisten säßen und uns beobachteten. Ich war nur nicht mehr so fröhlich und besprach das eben Erfahrene mit meinem Gastgeber, der breit zu grinsen begann und seinen Chefbodyguard heranrief. Er gab ihm ein paar Befehle und er stellte sich in unmittelbarer Umgebung einige Bewegung ein, weil mehrere Männer ihre Positionen wechselten und völlig angespannt wirkten. Ich fragte meinen Gastgeber, was das zu bedeuten hätte. Er sagte, seine Leute hätten bei ihm ohnehin einen zu ruhigen Job. Er bezahle sie gut und er sehe nicht ein, dass hier irgendjemand seine Feier störe. Ich erklärte ihm noch mal, dass ich mit internationalem Haftbefehl gesucht würde. Er lachte. Du bist mein Gast, hier gibt es keine Verhaftung. Die mussten am Eingang ihrer Waffen abgeben, meine Bodyguards nicht. Also machen die hier nichts, was ich nicht will. Die beiden kolumbianischen Polizisten standen vom Tisch der Deutschen auf, um sich an eine Bar zu setzen, wo sie aus der Schusslinie waren. Ich wollte das Ganze entschärfen, nahm ein Glas und ging zu den deutschen Polizisten. Ich sprach sie auf Deutsch an. Sie antworteten auf Spanisch. Das ging so einige Male hin und her, dann redete mich einer der beiden direkt mit Namen an. Herr Mieling, wir sind vom BKA. Wir empfehlen Ihnen, sich den deutschen Behörden zu stellen. Das hatte ihn sicherlich Überwindung gekostet, denn auch er musste mittlerweile mitbekommen haben, was ich um ihn herum tat. Diese Nacht verbrachte ich mit Zoll im Parke, einem Hotel in der Innenstadt, das von gut situierten Kolumbianern für Schäferstündchen genutzt wird. Mit Zoll besprach ich das Problem mit den deutschen Polizisten. Sie wusste, dass sie freier im Lido waren. Ich wollte mehr darüber wissen. Zoll machte einige Telefonate und wenig später kam ihre Freundin mit noch zwei weiteren Mädchen, die im Lido arbeiteten, auf unser Hotelzimmer. Ich lud sie zu Drinks ein und lauschte ihren Geschichten. Die BKA-Leute hatten ihre Huren mit in den siebten Stock der deutschen Botschaft genommen, ihnen die Sicherheitstechnik gezeigt sowie das Satellitentelefon, das neben der Tür zur Dachterrasse stand. Natürlich zeigten sie den Mädchen auch ihre Dienstwaffen. Nachdem die Polizisten die Satellitenschüssel auf dem Dach ausgerichtet hatten, baten sie die Huren, leise zu sein, weil sie jetzt mit ihrer Dienststelle in Deutschland telefonierten. Eines der Mädchen sprach Deutsch, was die Polizisten nicht wussten. Während sie mir nun erzählte, was die BKA-Leute mit Deutschland besprochen hatten, zeichnete mir eines der anderen Mädchen eine genaue Skizze des Dachgeschosses der Botschaft. Wirklich schockiert aber war ich, als ich hörte, dass die BKA-Freier Marihuana rauchten und Kokain schnupften. Ich wollte nun die Mädchen für ihre Informationen bezahlen, aber sie winkten ab. Für einen Freund ihrer Freundin würden sie sowas umsonst machen. In den folgenden Tagen kamen aus dieser Quelle ständig neue Informationen über das BKA in Bogotá. Ich wusste, wo sie wohnten, ich wusste, wie sie hießen. Und es gab Fotos von verliebten Polizisten sowie weitere Erkenntnisse. Sols Freundin hatte in einem Apartment des BKA in einer deutschen Zeitung geblättert und darin mein Bild erkannt. Den Text konnte sie nicht lesen. Sie fragte deshalb ihren Freier, wer denn dieser gut aussehende Mann sei. Das sei ein ganz böser Mensch, antwortete er. Der habe mit Drogen gehandelt und werde weltweit gesucht. Sie seien hier, um ihn für lange ins Gefängnis zu bringen, damit er nichts Böses mehr anstellen könne. Die Freundin von Sol streute daraufhin ein wenig Kokain auf den Tisch, hackte es mit einer Karte klein und bot ihrem Freier eine Lein an. Er konsumierte sie. Wenn du selber Kokain nimmst, warum ist dann der Mann in der Zeitung so böse, fragte die kolumbianische Hure. Weil er damit Geld verdient, antwortete der deutsche Polizist. Tranquilo Patron Observation in Bogotá ist Verschwendung von Steuergeldern. Das wusste auch das BKA. Darum störten sie nicht länger in diesem Jahr und auch nicht im nächsten. Kollege Heimweh ist der beste Polizist. Es kam in Attacken. Zunächst versuchte ich mit Urlaubsreisen in die Karibik das Heimweh zu löschen. Dann flog ich nach Amsterdam und fuhr nach Hamburg. Oder flog nach Paris und fuhr von da. Oder über Madrid. Das alte Sprichwort, was heute eine Sensation ist, darin werden morgen die Fische eingewickelt, stimmte auch für meinen Fall. In Hamburg bewegte ich mich völlig frei. Ich ging in die öffentliche Sauna, besuchte Diskotheken, flanierte mit Niki am Jungfernstich. Ich hätte bleiben können. Aber so funktioniert der Heimweh nicht. Kaum war ich in Hamburg, verstand ich nicht mehr, was mir in Kolumbien so gefehlt hatte. Die schlechte Laune? Das Wetter? Ich zählte jedes Mal die Tage meiner Rückkehr nach Bogota und erreichte Kolumbien jedes Mal geheilt. Ich verstand Heimweh als eine Art Grippe in dieser Zeit. Dann, als es wieder und wieder kam und langsam so permanent präsent war wie ein Körperorgan, begann ich Heimweh als Schicksal zu verstehen. Zu den Geschäften. Auch hier schien es, als ob mein Glücksstern unterging. Dafür sind zwei Gründe anzuführen. Erstens, ich konnte in Kolumbien alles richtig machen, aber in Europa hatte ich keine Basis mehr. Da konnte ich nichts kontrollieren. Gar nichts. Zweitens, der Witz war raus. Ich dielte nur noch, um gut zu überleben. Das reicht nicht als Motivation in diesem Geschäft. Entweder du spielst mit vollem Einsatz oder du fällst zurück. Zwischendurch wurde Kim ermordet. Er war vorher gefoltert worden. Sie hatten ihn angeschossen, mit Benzin übergossen und dann eine Zigarette draufgeworfen. Als Täter kamen viele in Frage. In Kolumbien glaubte man, dass Kim ein Undercover-Agent der US-Drogenfeindung gewesen sei. In Europa hat er sich Feinde gemacht, weil er hin und wieder Backpulver statt Kokain verkaufte. Was von ihm übrig blieb, wurde in einem Moor in Holland gefunden. Nur Gutes kann ich dagegen von meinem Privatleben erzählen. Die Beziehung mit Sol wurde immer inniger. Fast würde ich sagen, ich habe zum ersten Mal geliebt. Was daran gelegen haben mag, dass Sol mit Gefühlen ganz anders umging als deutsche Frauen. Und weil sich in Beziehungen die Persönlichkeiten vermischen, begann auch ich anders mit Gefühlen umzugehen. Eine Frau wie Sol hatte ich noch nicht gekannt. Sie half mir sogar beim Sparen. Sie führte mich in die Lokale, in die ihre Leute gingen. Kleine Preise, gigantische Atmosphäre. Und sie bat mich, es mal mit Rum zu probieren. Der sei preisgünstiger als Whisky, aber besser. Sie verstehe überhaupt nicht, warum ich diese Erfahrung an mir vorübergehen lasse. Ich probierte also Rum und gab ihr Recht, muss aber dazu sagen, dass der Rum, den wir in Bogotá tranken, wenig mit dem Rum zu tun hatte, den man in Hamburg kennt. Er war leichter, süßer und schmeckte ein bisschen wie flüssiger Honig. Rum schwitzt sich besser als Whisky. Außerdem ist er erotisierender und musikalischer. So lernte ich die lateinamerikanischen Tänze. So perfektionierte sich mein Spanisch. So wurde ich langsam halb kolumbianisch. Die andere Hälfte blieb deutsch. Mein Problem bestand nun darin, dass ich nicht wusste, für welche Seite in mir ich mich entscheiden sollte. Zu gern wäre ich kontinental gependelt, ein halbes Jahr in Deutschland, ein halbes Jahr in Kolumbien. Natürlich machte in dieser Zeit der Teufel die richtigen Angebote. Bisher hatte ich es grundsätzlich abgelehnt, direkt für die Kartelle zu arbeiten. Das hatte zum einen psychologische Ursachen, denn ich konnte kein Angestellter sein. Zum anderen ist es extrem gefährlich. Für jeden Fehler, den du machst, können sie dir die kolumbianische Krawatte binden, selbst dann, wenn es Fehler deiner Mitarbeiter waren. Einer der wirklich Mächtigen dieses Metiers bot mir dreimal den Posten des Europa-Chefs für seinen Club an. Beim ersten Mal sagte ich, sein Vertrauen sei eine große Ehre für mich, aber ich wolle lieber selbstständig bleiben. Das akzeptierte er, bat mich aber noch mal darüber nachzudenken. Beim zweiten Mal sagte ich, dass ich zu betrunken für Geschäfte sei und erst mal wieder nüchtern werden wolle. Das fand er seriös. Beim dritten Mal handelten wir wie die Viehhändler um die Konditionen. Und ich nahm an. Wichtigster Punkt dieses Vertrages war das Recht auf Kündigung. Das war der Stand der Dinge, als ich mit Soll in einem französischen Bistro im Zentrum von Bogotassas. Hier frühstückten wir seit einiger Zeit häufiger, weil es mich an meine Cafés in Hamburg erinnerte. Am nächsten Morgen wollte ich nach Amsterdam aufbrechen. Wir waren beide in melancholischer Stimmung. Ich, weil ich seit etwa einer Woche Vorahnungen hatte, und sie, weil sie meinen siebten Sinn ernst nahm. Sie weinte, als ich ihr sagte, wir würden uns möglicherweise eine sehr lange Zeit nicht wiedersehen. Tranquilo, Patron, sagte einer der beiden Bodyguards, die mit uns am Tisch saßen. Er war ein Indio aus einer Gegend an der Grenze zu Venezuela, aus der die besten Bodyguards des Landes kommen. Sie werden sogar von Kolumbianern als äußerst gefährlich eingestuft. Man nennt sie Pescados, was eigentlich nur Fisch heißt, aber bedeutet, dass diese Indios sich unter Menschen wie Fische im Wasser bewegen, wie ein Hai attackieren und sofort wieder in der Menschenmenge abtauchen. Der andere Bodyguard war ein Mestize. Normalerweise hielt ich es, in dieser Gegend für überflüssig, mit Bodyguards aufzukreuzen. Aber da sie mich ohnehin immer chauffierten, waren sie nun mal bei uns und ließen sich ihre mit Salz und Butter servierten Maisfladen bis zu dem Moment schmecken, in dem der Indio Tranquilo, Patron, sagte und ein Raubtiergesicht bekam. Damit war die melancholische Stimmung dahin. Ich folgte ihren Blicken, die an einem Jeep klebten, der noch ein ganzes Stück entfernt langsam die Straße herunterkam. Sie griffen gleichzeitig an ihren Hosenbund und ich konnte die Magazine ihrer Mini-Uzzis einrasten hören. Das hatte nichts Gutes zu bedeuten, denn normalerweise benutzten sie ihre 38er-Revolver. Sie legten ihre entsicherten Maschinenpistolen unter dem Tisch auf ihre Schöße und ließen den heranrollenden Jeep nicht mehr aus den Augen. Er fuhr an uns vorbei, stoppte ein paar Meter weiter, drei Männer sprangen heraus. Zwei begannen sofort aus Maschinenpistolen auf einen Tisch zu feuern, der dritte sicherte mit Blick auf die anderen Gäste. Zwei Männer wurden zusammengeschossen. Als der Spuk vorbei war und der Jeep mit den Killern um die nächste Ecke verschwand, wurden unsere Bodyguards aktiv. Sie warfen ein paar Geldscheine auf den Tisch, nahmen Zoll und mich in die Mitte und drängten uns aus dem Lokal. Erst als wir im Auto saßen, entspannten sie sich. Der Indio grinste. Da wird heute kaum jemand die Rechnung bezahlen. Sebastiano brachte mich am nächsten Tag zum Flughafen. Auf dem Weg hielten wir bei seiner Schwester. Sie war mit einem ranghohen Offizier verheiratet und das Haus, in dem sie wohnten, wurde vom Militär bewacht. Wir baten den Pförtner, ein Auge auf unser Auto zu haben, weil meine Koffer darin waren. Bei Kaffee und einem kleinen Imbiss auf der Terrasse hörten wir wenig später Schüsse auf der Straße. Dann rief der Wachmann an. Man habe gerade versucht, unser Auto zu stehlen, aber die Wachleute hätten das unterbunden. Unten erfuhren wir die Details. Es seien fünf Männer gewesen, drei waren weggelaufen, zwei hatten sich weggeschleppt, denn ihn war in den Arsch geschossen worden. Und das Auto? Das Zündschloss war abgebrochen, Kabel hingen blank, ich musste ein Taxi zum Flughafen nehmen. Zum Nationalen. Die erste Etappe meiner Reise blieb innerkolumbianisch, Bogotá, Curaçao. Dort würde ich auf der Hacienda eines Mitglieds von Sebastianos Familie übernachten und am nächsten Tag über die Grenze nach Venezuela gehen, um von San Antonio nach Caracas zu fliegen und von da nach Amsterdam. Der Flug nach Curaçao dauerte eine Stunde und nun war es wieder um die 30 Grad und tropisch schwül. Ich konnte ein kühles Bier konsumieren, bevor ich vom Flughafen abgeholt wurde. Fünf Kilometer mussten wir auf einer Privatstraße fahren, bevor wir an das Tor zur Hacienda kamen. Es wurde von vier Männern mit Sturmgewehren bewacht. Der Abend wurde recht gemütlich. Ein paar Gauchos holten Gitarren, ein Grill wurde angeschmissen und die Veranda füllte sich mit immer mehr Besuchern, die zu Pferde kamen. Fast jeder hatte eine Flasche Aquadiente dabei, also Aniss-Schnaps und als nächstes wurde ein Lagerfeuer entfacht. Abschied von Südamerika. Wie können Menschen so schön singen und gleichzeitig solche Barbaren sein? Ich hatte in Kolumbien vieles gelernt und auch verstanden, aber dieser Widerspruch in ihrer Mentalität blieb mir noch immer fremd. Am nächsten Tag wurde ich auf dem Flughafen in San Antonio von 20 Elite-Soldaten der venezolanischen Armee verhaftet. Vier Tage später war ich in Hamburg. Ich bekam zwölfeinhalb Jahre. Die ersten zwei verbrachte ich in Isolationshaft. Kein Fenster, nur ein Lichtschlitz und kein Kontakt zu irgendwem außer zum Fernseher. Ich redete mit ihm. Als mich der Anstaltspsychologe darauf ansprach, bat ich den Mann, meine Unterhaltung nicht zu stören. Seit neun Jahren bin ich jetzt im Gefängnis. Wenn ich rauskomme, braucht niemand seine Kinder vor mir zu verstecken. Es gibt die Droge und es gibt das Bedürfnis nach ihr. Der Dealer ist so unwichtig bei diesem Spiel wie die Polizei. Was immer ich über die Bullen gesagt habe, stimmt. Aber ihr System funktioniert. Telefone werden bis in alle Ewigkeit abgehört oder bis zum Fahndungserfolg. Ich hatte aus Bogotá mit einem Freund in Hamburg telefoniert. Ich habe mit ihm meine Reiseroute besprochen, weil er geschworen hatte, dass er in einer Telefonzelle steht. Ein blöder Fehler, gewiss. Ich bereue auch nicht, dass ich das Angebot der amerikanischen Drogenfahnder ausgeschlagen habe. In Caracas, einen Tag, bevor man mich nach Deutschland brachte. Wechsle die Seiten, arbeite für uns und du bist frei. Doch das ist leider nicht mein Stil. Ja, mein Leben verläuft eigentlich immer extrem. Ich kann mit ganz wenig Geld leben oder auch mit ganz viel. Das ist für mich dasselbe. Mein Leben läuft eigentlich unter dem Motto Barfuß oder Lackschuh. Nach neun Jahren sind die meisten praktisch, ich sage einfach mal, Bettnässer. Die sind psychisch gebrochen und sind gefährlich für die Gesellschaft. Viele, viele sind das. Ich habe geschafft durch meine Strategie völlig ruhig zu sein, völlig ausgeglichen. Ich bin eigentlich besser drauf für die Leute draußen. Mit der Reue ist so eine Sache. Wenn ich ein Kind überfahren bin, dann würde ich das zutiefst bereuen. Meine Geschichte kann ich eigentlich nicht bereuen, weil ich habe dafür bezahlt. Und es ist so, ich habe ein tolles Leben gehabt, es war alles wunderbar. Gut, der Knass ist die Negativseite davon. Aber eine Reue zu empfinden für etwas, was eigentlich ein Politikum ist, da jetzt irgendwie rumzuschleimen und zu sagen, ja, ich bereue es zutiefst, um irgendwelche Vorteile zu haben, das ist nicht mein Stil. Mein Vater ist ein Politiker gewesen, ich nicht.